JFT, just fair and direct. Mike, euer Chris an der Stelle, seit längerer Zeit tatsächlich nicht mehr beim Live-Event gewesen und vielleicht wird der ein oder andere den Markus vermissen, der ja zuletzt mit Mata Trading hier das letzte Fat-Event betreut hat. Heute wird oder werde ich vielmehr den Auftakt machen und der liebe Andreas, mein Counterpart rund um das Skyping, der, man glaubt es kaum, Berlin lässt grüßen, sitzt ein Stück weit auf der Autobahn fest. Jetzt war die Idee, dass er vielleicht hier unter Umständen per WLAN und Laptop sich zuschaltet und dann dachte ich mir, pass mal auf, kein Stress auf der Titanic, sieh zu, dass du vor deinen Trading-Test kommst und dann hier sozusagen nach 19 Uhr jetzt gleich dann dem Zinsentscheid selbst viel mehr versuchst, ab 1930 zur Pressekonferenz da zu sein. Denn da wird es dann zur Sache gehen und ich bin schon direkt im Redefluss, möchte aber kurz abfragen, ob ihr das Bild seht und den Ton hört. Da kommt es rein, Steffen, Jogi, Roland, Franz, guten Abend in die Runde. Alles klar, schreibt es gerne mal, wer hier von wo zuschaltet. Also jetzt nicht unbedingt die kleinen Dürfchen, sondern mehr so die Hauptstädte drumherum. Also an der Stelle einfach mal ein Feedback geben, wo ihr herkommt und dann praktisch, ich sehe schon, der Chat wird reichlich gefüllt. Tonbild, okay, alles wunderbar, super. Also, wie gesagt, ich bin ja so ein Stück weit raus aus dem Skype-Trading, habe aber trotzdem meine Metatrader-Maschine schon mal angeworfen. Ihr wisst es, ich selbst, Chris Kämmerer, bin hier im Forex- und Edelmetall-Marktaktiv, hatte unlängst den Goldpreis schon eingenordet, will ich fast sagen. Euro-Dollar heute gerade auch analysiert mit einem interessanten Setup à la Rainbow-Trading. Da gehe ich dann noch ein Stück weit drauf ein. Aber die Thematik heute ist natürlich die Leute-Fat-Event. Hey, es können nicht spannender sein. Ja, was blüht hier auf dem Horizont auf? Haben wir einerseits die nächste Finanzkrise, wenn denn hier die Notenbanken nicht intervenieren, beziehungsweise eben wieder Gelder in den Markt pumpen, wenn sie es nicht tun? Wenn sie es tun, haben wir wieder diese Inflationsproblematik. Und ihr werdet es um die Bilanzsummen der Notenbanken wissen, insbesondere der US-Notenbank, die hier praktisch nach dem Rückrudern in den letzten anderthalb, zwei Jahren sozusagen innerhalb von wenigen Tagen die halbe Bilanzsumme wieder aufgebläht hat. Wir sind also ein Stück weit wieder zurück auf Los. Und die Frage wird letztendlich sein, hey, was wird heute entschieden, Zinsschritt anzunehmen, wie wir gleich sehen werden? Dann findet kein Zinsschritt statt, ist das vielleicht ein Riesenmisstrauen an die Märkte nach dem Motto, hui, 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 es ist doch kritischer als sozusagen hier beispielsweise unlängst auch unser lieber Ex-Finanzminister und jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen der Finanzaufsicht Deutschlands und Europa dann natürlich predigte, hier die deutschen Banken haben da überhaupt kein Problem. Da muss ich ja ein Stück weit vom Stuhl fallen, weil sollte zum Beispiel eine Großbank ins Wanken geraten, dann ist das natürlich ein Dominoeffekt. Und da stellen wir mit unseren deutschen Banken tatsächlich hinten dran, weil wir haben uns irgendwo so ein Stück weit gesund geschrumpft seit der Finanzmarktkrise, aber die Credit Suits zum Beispiel hat das nicht getan. Lasst uns aber da nicht zu vielfältig jetzt ausstrahlen. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Jetzt geht der Teilnehmerkreis weiter nach oben, aber es ist ja so, dass erst 19 Uhr die Zinsentscheidung fällt und dann hinten raus natürlich die Trading Action dann auch beginnt. Ich bin ja einer, der immer sagt, hey, lasst erst mal 15 Minuten den Staub dahin gehen ohne vorab jetzt in den Markt zu springen. Hängt natürlich auch damit zusammen, liebe Leute, dass zur Entscheidung selbst die Liquidität austrocknet. Viele denken immer, das ist ähnlich wie in so einem Spielcasino. Die Preise, die da zu sehen sind, die kriege ich jederzeit ausgeführt. Hier muss man aber aufpassen, dass die Illiquidität rund um die Events immer dann sehr zunehmen und da eben auch solche schlechteren Ausführungen nicht mal irgendwie absichtlich von Brokern sind. Auch das soll es ja geben. Aber grundsätzlich ist das eben auch marktbedingt. Deswegen warte ich gerne gute 15 Minuten ab, die akademische Viertelstunde, um zu sehen, was der Markt dann macht. Also insofern, lasst uns rein starten. Starten erst mal, ich sehe mal, ich muss jetzt erst mal hochscrollen. Wir haben wirklich von der Ostsee bis nach Niederösterreich, über Baden-Württemberg, Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, Magdeburg, Derezen. Wir haben sogar Zypern dabei. Ganz, ganz liebe Grüße. Bamberg, Wunderbeier, Wunderbeier, sage ich schon. Nürnberg dabei, Regensburg. Super. Ich muss mir heute noch meinen Döner mit dem Silber verdienen. Steffen, erst long. Heiße Geschichte. Gold ist ja auch ganz klar in dem Tenor, wo wir jetzt einfach mal mit den Slides weitermachen werden. Hier, wie gesagt, Andreas kommt gleich dazu, Leute. Für alle die jetzt sind wir ungefähr nochmal 70 Leute mehr als vor ungefähr fünf Minuten. Andreas kommt dazu, skypt für euch wahrscheinlich Dow Jones und den Nasdaq. Ich, wie gesagt, schaue mal entspannt, ob ich meinen Entry beim Euro-Dollar kriege. Das werde ich jetzt ein Stück weit ableiten. Gold bin ich eh investiert, sowohl physisch als auch Trading ambitioniert. Darauf gehen wir dann gleich ein. Und da sind wir jetzt hier auch beim Slide. Leute, wir sind hier beim Live-Trading-Live-Event. Und wenn ich jetzt hier irgendwie abfeuere oder auch Trading-Ideen, ja, ich sage es mal, darbiete, bekannt gebe, vielleicht sogar auch direkt live durchführe, dann sind das niemals Handelsempfehlungen, Leute. Ihr handelt alle auf eigenes Risiko. Gerade am Devisenmarkt können oder auch am CFD-Markt generell wird mit einem Hebel gearbeitet. Und der Hebel geht nicht immer nur in die richtige Richtung, kann auch gegen einen laufen. Deswegen weniger ist hier oft mehr. Haltet eure Risiko in den Griff und handelt so, dass ihr auch vernünftig am Markt agiert und setzt nicht alles auf eine Karte oder Backjack mäßig. Das will ich nur nochmal gesagt haben. JFD für euch der perfekte Marktzugang an der Stelle. Und da sind wir auch jetzt nochmal direkt beim Zinsevent, denn es wird ja davon ausgegangen, und das sah vor ein paar Wochen noch ganz, ganz anders aus, dass jetzt eben hier der Zinsschritt, wir sind hier an der aktuellen Rate von 4,5 bis 4,75. Da sehen wir hier diese Zinsentwicklung. Die US-Notenbank ist dem Ganzen noch ein Voraus oder im Kontext der EZB. Wird jetzt spannend sein zu beobachten, weil die EZB hat ja unlängst vor wenigen Tagen, also in der letzten Woche speziell, ja nochmal 0,5 draufgelegt. Und das ist das, worum der Euro auch so abgeht, weil die mögliche Versuchung die ist, dass die US-Notenbank jetzt eben diesen Zinsschritt, der hier orakelt, wird. Wir sind jetzt hier bei 83 Prozent aktuell, dass 0,25 Basispunkte, das hochgesetzt wird, um die Märkte einerseits ein Stück zu beruhigen, andererseits aber auch nicht nochmal 0,5 draufzusetzen, weil natürlich diese ganze Zinsanleihe- und Kreditthematik, das Damlockes Schwert ist für die Märkte. Also an der Stelle hochgradig spannend. Jetzt haben wir hier aber auf jeden Fall erstmal die Situation, ich will euch das Bild nochmal zeigen. Ich muss aber auch die Uhr im Auge halten, damit wir nämlich gleich mal sehen, was Mr. Jerome Powell sozusagen veräußert. Also da bietet im Rahmen seiner Statements beziehungsweise erstmal den Zinsschritt, jetzt sind es noch keine 60 Sekunden mehr. Wir warten erstmal ab, was da kommt. Ich öffne mal auch einen Ticker auf meiner anderen Desk-Seite. Parallel dazu können wir auch mal direkt in den Index-Shart S&P 500 gehen. Hier der Light-Index in den USA auf Tagesschart-Basis mit dem Death-Cross hier, negatives Trendfolgesignal. Und jetzt warten wir mal, was direkt passiert. Jetzt muss ich nochmal kurz auf dem anderen Desk die Zeituhr raufholen. Da, ah, uff, Explosions-Arte, geht schon los. Euro zieht schon stark an. So, jetzt klingelt es gleich im Gebäck. Jetzt haben wir es 1900. Sekunde, jetzt muss ich nochmal meinen Realtime-Ticker aktualisieren. So, S&P geht raus. 40 Minuten. Okay, Bankensystem ist solide aufgestellt. Das werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten hören. Und Zinserhöhung, wie erwartet um 25 Basispunkte. Das ist passiert. Die Masse hatte wieder recht. Der Light-Zins wird also auf 5, also 4,75 bis 5 angehoben. Die Tendenz an der Stelle erwartungsgemäß, jetzt schieben wir auch nochmal kurz die Devisenmärkte gleich mal rein. Der Euro schießt hier nach oben, weil, und das wollen wir gleich mal auswerten, die Zinsannahme, und die war ja vor vier Wochen noch eine ganz andere. Da hieß es ja, es werden mit Sicherheit 0,5 Basispunkte mehr werden. Und genau das ist jetzt sozusagen reduziert werden. Warum haben sie den Light-Zins nicht auf unverändertem Niveau gelassen? Ich denke, vermute, um dem Markt hier diesen Impuls zu geben, hey, es ist alles nicht so dramatisch. Weil, überlegt, gebt mir gerne euer Feedback im Chat. Wenn ihr am Ende des Tages den Light-Zins, ja, sag ich mal, unverändert gesehen hättet, dann wäre doch bei dem einen oder anderen bei euch auch die Frage aufgetaucht, ja, warum heben die den Light-Zins nicht mehr an? Haben die da irgendwas im Kopf, was wir nicht wissen? So, jetzt gucken wir uns mal hier Euro-Dollar kurz an im Live-Chart. Der ist jetzt hier in seiner Daily-Range schon unterwegs. Hier auch übrigens der kleine Hinweis, Rainbow Trading lässt grüßen. Morgen mein Spezial-Webinar, da share ich euch auch gleich den Link nochmal rein. Da geht es dann gute 60, 75 Minuten rund um diesen Trend-Ansatz. Rainbow im 15-Minuten-Chart. Bullisch aufgefächert, sieht sehr, sehr gut aus. Also hier gibt es erstmal gar kein Light zu klagen und es wird genau das gemacht, was eigentlich auch erwartet wurde, nämlich der Euro steigt. Ich habe unlängst auf Instagram bei den Rainbow Traders auch diese bullische Tendenz schon mal befürwortet. Warten wir mal ab, was hier noch passiert. Letztlich, die Märkte honorieren das erstmal insofern, dass der Euro nach oben geht und der Dollar abgestraft wird. Jetzt sehen wir eine kleine Konsolidierung. Im 1-Minuten-Chart, das wird jetzt wie gesagt das Thema sein, dass ich jetzt erstmal uneingeschränkt warte und entspannt bin. Wir schauen auch gleich mal auf den Goldpreis und Silber. Können wir direkt mal parallel tun. Hier die heutige Einschätzung auch zum Euro-Dollar. Hier in der Reihe, wen das interessiert, Leute. Morgen, wie gesagt, Workshop dazu rund um den Rainbow. So, jetzt haben wir hier natürlich den Goldpreis. Den würde ich jetzt auch mal ein Stück weit auseinandernehmen. Silber natürlich das Äquivalent dazu. Wie gesagt, Freunde des Indexhandels, macht euch keine Sorgen. Der Andreas, der ist jetzt hier schon auf dem Weg und wird sicherlich die Indizes handeln. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin, wie gesagt, rein auf die Wiesen aus. Und hier der Goldpreis, natürlich das A und O. Wer da auch Gold handeln will, Leute, bei JFD handelt ihr den Goldpreis. Je nach Volatilität von 15 bis 20, 30 Cent die Unze. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Wir sind ja hier im Bereich 1.965 Dollar und da handeln wir sozusagen die zweite, dritte Nachkommastelle, was übrigens hier auch bei Guidance bzw. ehemals Guidance hier Gottmaut geht. So, jetzt sehen wir hier meine Einschätzung zum Goldpreis. Lass mich das gleich live durchführen an der Stelle. Mal nach Zahlen, mag der eine oder andere behaupten. Letztlich hatten wir beim Devisenrader diese Zone als Umkehrmarkt definiert. Der Goldpreis ist im Vorfeld der Creditsris weiterer US-Pleiten. Und es war nicht nur die SVB-Bank, Leute, ihr werdet es das wissen. In den USA sind tatsächlich einige Banken mehr vor die Hunde gegangen. Ich glaube, mit Verlaub, es waren vier, fünf. Und das ist ja sozusagen bei uns gar nicht so durchgekommen. Ich sehe jetzt in dem Chat auch, der eine oder andere ist short. Hören nur Micky-Maus-Stimmen. Hey, Hans-Josef, was ist da los? Also ich muss mich vom Chat mal ein Stück weit lösen, weil es sind so viele Nachrichten drin. Ich warte erst mal drauf, bis der Andreas wieder da ist. Also letztlich, das Bankensystem scheint sicher und widerstandsfähig. Das ist das, was ja auch die europäische, ja, wie will man sagen, die europäische Finanzmarktaufsicht, alle auch die Deutsche wie die BaFin sozusagen verlautbaren, dass das sicher ist. Und Leute, ihr wisst das, wie das damals 2008 war, als die liebe Angela Merkel diese Raute-Formation auflegte. Und ich muss schon sagen, wenn Politiker sowas orakeln bzw. verlautbaren, dann ruft das schon Stirnfalten auf. Ich meine, wenn man sowas schon sagen muss, unsere Banken sind sicher, unser Geld ist sicher, dann ist da schon einiges im Argen bzw. da ist wissentlich irgendwas im Raum, was sozusagen noch nicht überkocht, aber schon am Köcheln ist. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen hier ganz klar aufpassen, was die nächsten Tage mit sich bringen. Die FED hat jetzt, wie gesagt, an der Stelle den Leitzins erhöht, nicht so stark wie erwartet. Und am Ende des Tages wird es jetzt um die nächsten Entscheidungen gehen, was jetzt eben die Politik generell angeht, wie nämlich auch die Notenbankbilanzen eben im weiteren Sinne aufgeblasen werden. Da hole ich euch auch gleich mal den einen oder anderen Chart raus. Auf Gold bezogen möchte ich jetzt aber hier vermerken, dass, und das ist jetzt sozusagen keine Handelsaufforderung, Leute, ihr wisst es, aber ihr seht jetzt hier dieses Level von 1.800, sorry, 1.920 Dollar Horizontalline. Kurzfristiger Widerstand hier im Januar gewesen. Support Level mehrfach bewiesen Ende Januar, Anfang Februar. Es gab den Durchbruch, hier eine Price Action Zone, wo es dann auch am letzten Freitag hier dieses Movement gab mit Tagesschluss auf Höchstpreis. Und der Goldpreis hat hier den Weg nach oben aufgeschlagen, aufgerissen. Und die letzten zwei Tage relativ seicht zurückgelaufen im Kontext der vorherigen Aufwärtsbewegung. Das waren rund 70 Dollar, Leute, vom Tief bis zum Hoch. Lasst mal gucken. Beziehungsweise halt diese Wochenendbewegung. Diese Kerze waren 70 Dollar. Schaut, das waren 70 Dollar. Diese Freitagskerze, das ist schon enorm. Das waren 3,7 Prozent rund. Und jetzt gehen wir mal vom Hochpunkt des Wochenauftakts zum Tief. Und da hat der Goldpreis gute 12 Prozent in diesen, ja, ich sage es mal, 2, 3 Wochen zugelegt. Gute 205 Dollar. Dass das Ganze hier leicht jetzt mal konsolidieren darf, ist meines Erachtens absolut, wie darf man sagen, akzeptabel. Und wichtig jetzt hier, wenn der Goldpreis die 1.920 nicht unterschreitet, und danach sieht es für mich aktuell nicht aus, sieht es im Kontext dessen sehr gut aus, dass wir wieder die 2.000 Dollar Marke überschreiten. Und die nächsten Ziele leite ich euch gleich ab, was hier ein entsprechendes Chance-Risiko-Verhältnis aufwirft. Selbst vom aktuellen Niveau bis zum Widerstand 2066. Das nominale Allzeithoch beim Goldpreis übrigens 2.075 Dollar aus den früheren Jahren. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Ich will aber hier erst mal dieses Chance-Risiko-Setup für euch zeichnen. Das heißt, wenn man darauf spekulieren würde, dann sollte man zum Beispiel auch Chance-Risiko-Verhältnisse suchen, die attraktiv sind. Was heißt das, Leute? Das heißt, dass ich am Ende des Tages versuche, ein Vielfaches von dem zu verdienen, was ich riskiere. Auf den Goldpreis bezogen, wir haben jetzt hier nach diesem 200 Dollar ran leichten Rücklauf gesehen, sind sozusagen mit der heutigen Fettsitzung nicht weiter nach unten durchgereicht worden. Das heißt, das kann schon das Ende vom Lied sein und theoretisch kann der Goldpreis jetzt direkt weiter anziehen. Das Risiko meines Erachtens, wenn wir die 1920 auflösen, das wäre jetzt vom aktuellen Niveau aus rund 43 Dollar minus oder 2,19 Prozent. Das wäre das Risiko. Gehen wir hier drunter. Könnte es, hier sitzt den grauen Pfeil, weitere Schwäche geben, der Markt weiter durchgereicht werden. Im Gegenteil, bleiben wir hier auf Kurs. Machen wir weitere Hochs. Sieht das meines Erachtens gut aus, sodass wir A, die 2.000-Dollar-Marke erreichen. Das wäre dann sozusagen fast das Risiko schon mal verdient. Schaut es her, das sind dann 43 Dollar zu 43 Dollar. Da sind wir dann so relativ gesehen bei der 2.000-Dollar-Marke. Und sollte es dann rausgehen, liebe Freunde des Handels, in Richtung 2066, dann haben wir hier eben dieses Ratio von 5,4 Prozent versus 2,19. Also deutlich über 2. Das ist doch was, was man handeln kann. Das hat auch den Hintergrund, wenn man mit einem positiven Ratio arbeitet, dass man am Ende des Tages natürlich hier auch mal falsch liegen darf, was an den Märkten ganz normal ist und aber auch deswegen trotzdem nicht aus dem Markt gespult wird, da man eben hier mit einem richtig dickem Chancenrisikoansatz arbeitet. Ich sehe gerade, wie sind die Indizes. Okay, da werden wir, wie gesagt, darauf eingehen. Wenn der liebe Bernd da ist, der DAX hat seine Tagestiefs so ein Stück weit nach oben wieder aufgelöst, hat also das Ganze auch bejubelt. Die Notenbank zeigt sozusagen Intensität und ist am Ende des Tages doch nur mit einem leichteren Zinsanstieg dahergekommen. Es wird auch über Realwachstum gesprochen. Inflation wird nach wie vor ein Thema sein. Die ist übrigens in den USA niedriger als zum Beispiel in Großbritannien. Die haben ganz andere Sorgen zurzeit. Das wird sich auf das Fund auch noch ziemlich crazy auslösen. Faktisch die US-Notenbank beruhigt, beschwichtigt, fast wie es zu erwarten war. Und der Zinsschritt, den wir hier mit diesen 0,25 Basispunkten eben auch hier schon mit dieser, sag ich mal, Forecast-Schau statistisch schon als wahrscheinlich angesehen haben, ist auch eingetroffen. Das ganz große Thema wäre gewesen, wenn der Zins unverändert geblieben wäre oder wenn wir den größeren Zinsschritt gesehen haben. Das ist beides nicht passiert. Ich will aber jetzt nicht von einem Non-Event sprechen. Wir müssen nämlich die Situation dahingehend bewerten, dass es eben ein Zinsanhebungs-Movement gab. Allerdings auch nur 0,25 wie zuletzt. Und da kann man ja hier bei den Zinsentscheidungen auch schön ableiten, wann dann zum Beispiel eben auch die USA in der Vergangenheit hier die Zinsschraube sozusagen gedreht hat. Und hier gab es eben im Februar zuletzt die Plus 0,25 und jetzt haben wir hier, das ist jetzt noch nicht realtime aktualisiert, aber dann heute mit dem 22.03. eben dann wieder so ein kleines Stück nach oben geschraubt und die Zinsschritte werden kleiner. Das bringt hier in dieser Euro-Dollar-Zinsdifferenz eben den Vorteil, dass hier der Euro weiter aufmarschiert und hier natürlich auch der Euro weiter steigen könnte, auf den ich übrigens dann gleich eingehen werde. Aber zum Goldpreisen noch Fragen. Wenn keine Fragen sind, gehe ich dann direkt weiter im Sortiment des klassischen Handels. Möchte ich auch dann nochmal den ganz großen Chart vom Goldpreis rüberbringen. Mal gucken, Moment, dann ziehe ich mal den Rohstoff-Desk rüber. Da möchte ich euch nämlich auch das große Bild, weil ich die Frage gelesen hatte, dass sozusagen, und da verzeiht es mir, dass ich jetzt noch nicht auf die Indizes rumreite, da wird da lieber Andreas gleich zur Genüge sein, seinen Senf zu geben. Hier haben wir die Rohstoffe. Platin, alles zieht nach oben. So, jetzt laden wir mal das Big Picture vom Gold ein. Ich mache jetzt hier auch nicht den Metatrader direkt auf, weil ich hier auf Stock 3 besser zeichnen kann, beziehungsweise die Charts besser zu visualisieren und zu zeichnen sind. So, da haben wir das an der Stelle. So, Goldpreis bis in die 90er zurück. So weit brauchen wir es gar nicht. So, wir sehen hier ein ganz großes Bild und dann will ich auch beim Goldpreis dann abschließen. Den Goldpreis im Monatschart, Freunde. Wir haben hier diese Untertassenformation aus dem früheren Höchststand 2011 bis zum Turnaround des Jahres 2019-20 gesehen. Wir sehen hier diese, warum der Name Untertasse, das ist halt hier diese Bodenbildung, großes Trend-Wendemuster, was dann sogar regelkonform, und eine Untertasse hat ja in der Regel den passenden Henkel, was dann sogar hier tatsächlich regelkonform in eine, ich sag's mal, Henkelformation überging. Und dann geschah das, was eigentlich hochgradig bullisch war, der Goldpreis brach Anfang 2022 aus, aus dieser Konsolidierungsphase, könnte man auch so eine kleine bullische Flacke ableiten. Tatsache war das der Startschuss für rein tendenziell weiter steigende Preise. Und dann kam die, und das sehen wir hier, wie gesagt, eine Handelskerze einen Monat. Okay, wir sind hier, schaut's nach links unten im Jahr 2012, Beginn, das ist historisch wirklich long-term. Aber wir schauen jetzt auch mal auf das ganz große Bild. Also ich will euch da jetzt echt mal abholen, in der Hinsicht, was hier möglicherweise bevorstehen könnte, auch vor dem Hintergrund, dass die Notenbanken meines Erachtens jetzt von dem Gaspedal runtergehen, marginal, hintenrum natürlich die Bilanz um aufblasen, weil Leute, die US-Notenbank hat gesagt, ihr kriegt alle Kredite, die ihr wollt. Jede Bank, die ein Problem hat, wird von uns sozusagen aufgefangen mitfinanziert. Schaut's euch an, was bei der UBS und vielmehr Credit Suisse ging. Da sind ja auch sozusagen vielmehr nicht nur die Aktionäre die dummen und die Anleiheträger, sondern auch der Steuerzahler wird da mal richtig wieder zur Kasse gebeten. Letztlich, die Summen werden groß, größer, am größten. Tatsache, wie es 2008, 2009 zur Finanzmarktkrise war, das Feuer wird mit Benzin bekämpft. Und das erlaubt grundsätzlich weiter anziehende Inflationsraten, zumindest aber auch eine hohe Inflation sehr wahrscheinlich. Und davon sollte der Goldpreis mittel- bis langfristig profitieren. Da wir hier im Monatschart sind, der Goldpreis, wie gesagt, diese Untertassenformation inklusive dieses rechten Henkels, einerseits eben aufgelöst hatte Bullish, dann kam das. Und Leute, wir sind hier nicht in einer sozusagen Raketenwissenschaft, wo wir die zehnte Nachkommastelle mit der Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent berechnen, sondern wir sind hier an einem Finanzmarkt, der natürlich von Milliarden Umständen sozusagen geprägt ist und hier natürlich auch von der Geldpolitik beeinflusst. Und wir hatten hier mit diesem Ausbruch vom Goldpreis, das war ja natürlich auch 2020, das ganze Corona-Dilemma, Lieferengpässe, das hängt ja uns jetzt alles noch nach. Aber dann fingen die Notenbanken ja, 21 waren die Hochs an den Aktienmärkten, 2022 ja dann an, auch aggressiver die Zinspolitik zu forcieren. Das führte dann zu einem starken Dollar und hier haben wir genau den Umkehrschluss. Starker Dollar, schwacher Goldpreis, schwacher Euro führte dazu, dass der Goldpreis dieses Ausbruchsniveau nicht vollzog. Und ihr seht es, das nominale Allzeithoch hier im August 2020, nominal deswegen, weil wir die Inflationsrate hier sozusagen nicht berücksichtigen der letzten Jahrzehnte, das waren 2075 Dollar. Und dieses Niveau wurde, hier markiert im August 2020, im März 2022 nur knapp verpasst. Also wir waren kurz vor einem neuen Höchststand. Und dann wurde der Goldpreis nach unten durchgereicht. Schlussendlich neues Reaktionstief, neues Mehrjahrestief gemacht und das sah hier wirklich kritisch aus. Doch dann folgte diese, ja, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, diese mögliche Umdenke bei den weltweiten Notenbanken, weil das Thema Rezession aufkam. Rezession Ängste. Globale, ja, Eskalation. Beziehungsweise hier der Dollar dann auch sozusagen seinen Zuspruch wieder verloren hatte, vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank nun jetzt schon in die Richtung blickt, Leitzinsen marginaler senken. Genau das sind wir. Schrägstrich möglicherweise zeitnah stoppen. Und in 15 Minuten fängt die Pressekonferenz an. Und da wird natürlich Thema sein, wie schaut die US-Notenbank in die Zukunft? Die Wahrscheinlichkeit übrigens für eine Zinsanhebung im Mai, da haben wir den nächsten Event, die lag am Dienstag noch bei 36 Prozent, ist sozusagen jetzt hier auf 50 Prozent gestiegen. Durch diesen Zinsschritt heute wird sozusagen gemutmaßt, dass die US-Notenbank einen weiteren Zinsschritt sozusagen von 25 Basispunkten vollziehen wird. Jetzt muss ich mal gucken, ob das jetzt bei der FedWatch genauso aktualisiert wird gleich. Sind Sie da hier Realtime unterwegs? Jetzt schauen wir mal. Jawohl. Genauso ist es. Jetzt haben wir die Current Rate. So, da haben wir noch die alten Stats hier oben. Jetzt ist natürlich das gesetzt worden, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber auf meinem anderen Nachrichtenticker ist es genau der Fall. Die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte steigt auf 50 Prozent. Für 50 Basispunkte sinkt sie von 60 auf 49. Das heißt, es wird bei der nächsten Zinssitzung durchaus von einem weiteren Anstieg angegangen oder vielmehr ausgegangen. Und es dürften aber nur 0,25 Basispunkte werden. Summa summarum zurück zum Goldpreis. Die Zinsschritte gehen vielmehr zurück. Schrägstrich ist es nur die Frage der Zeit, wann die Fed das Ganze stoppt. Sollte nochmal eine Bank eskalieren in den USA, dann wird wieder Geld in den Markt gepumpt, ohne den Leitzins jetzt beeinflusst zu wissen. Aber es ist natürlich dann sehr wahrscheinlich, dass die Leitzinsen dann eine Stoppung erfahren beziehungsweise wir das Ende schon näher sehen, als wahrscheinlich viele anderes gesehen haben. Und davon könnte der Goldpreis mittel- bis langfristig weiter profitieren. Wir haben hier die Situation, dass jetzt zurück zum aktuellen Geschehen hier im großen Big Picture, dass im November letzten Jahres diese Monatskerze, und wer von euch weiß, was das hier für eine Kerze ist, wenn man im Kontext der letzten drei Monatskerzen, das war dann in dem Fall Oktober, September und August, diese Kerze hier sieht. Wer kann mir das sagen? Der kriegt von mir jetzt ein Buch von Michael Vogt geschenkt, wollte ich fast sagen. Aber mal als Frage in die Runde, weil wir hier auch natürlich Schartechnik vollziehen. Wer kann mir denn sagen, was das hier für eine Kerze ist, wenn man die drei vorherigen Kerzen in den Kontext nimmt? Jawohl, Felix, Treffer, Lenker, auch perfekt. Jetzt strömt es rein, aber ruhig nochmal kurz abgewartet. Ans Auditorium gefragt. Hey, lieber Felix, das Buch kann ich dir definitiv organisieren, wenn du es noch nicht hast. Große Buch der Markttechnik von Michael Vogt, mittlerweile wirklich ein guter Freund geworden und wirklich eins der besten Börsenbücher, muss ich sagen. Niki schreibt um, der Kerze, die letzten beiden Kerzen sind ein Bullish Engulfing. Okay, das ist erstmal hier richtig, aber auf die Sache bezogen, da habe ich auch einen Slide für euch. Witzigerweise ist das übrigens jetzt ein kleiner Einblick morgen in meine Webinar-Session. Ich hole euch das mal vor, denn dieses Bullish Engulfing ist tatsächlich eine Kerzenformation, die tatsächlich statistisch auch weiter steigende Preise forcieren lässt. Jetzt muss ich mal gucken, Bullish Engulfing, aktueller Folie, da haben wir es. Das ist ein Bullish Engulfing, Leute. Zumal auch hier die aktuelle Handelskerze dann sozusagen die Vorkerze einschließt. Und wie wir gerade im Monatschart von Gold gesehen haben, wird nicht nur die eine Monatskerze eingeschlossen, sondern auch die zwei vorherigen. Das heißt hier, Engulfing heißt ja umschließen, eine Bullische Umschließung. Und das ist Psychologie am Markt. Das heißt, diese Charttechnik, die wir hier nutzen, interpretiere ich an der Stelle ja vielmehr als reine Massenpsychologie. Und da wir dieses Bullish Engulfing sahen, war auszugehen, hier seht ihr die statistischen Kennzahlen, es ist nach einem solchen Candlestick-Pattern davon auszugehen, dass der Markt weiter steigt. Das ist statistisch erwiesen, ermittelt und sozusagen jetzt auch keine Kaffeesatzleserei, wie ja viele die Charttechnik interpretieren. Nein, es ist vielmehr tatsächlich und Tatsache so, dass das Bullish Engulfing weitere steigende Preise vorausahnen lässt. Und jetzt schaut es euch mal das an, was hier passiert ist im November und was aktuell passiert. Das war der Vormonat, da gab es ein bisschen auf die Mütze im Februar. So ein Stück weit auch in den Engulfing, aber hier die Kerze aktuell und wichtig für mich jetzt oder auch als Long-Term-Statement. Der Goldpreis sollte nicht unter 1900 rausgehen, 1920 speziell. Das hätte man nämlich hier in den Opening-Price vom Februar unterschritten, um sozusagen das Engulfing aufrechtzuerhalten und auch diese aktuelle Stärke nicht zu relativieren. Wenn das per Monatsschlusspreisbasis so bleibt, und es ist ja noch bis nächste Woche sozusagen Zeit, dann sieht für mich der Goldpreis stark aus und ich erwarte durchaus in Bälde neue Allzeithöchststände. Wow, wer kann das sagen? Ich vermute hier die Wahrscheinlichkeit, mit einer größeren Trefferquote als 50 Prozent angesiedelt zu wissen, solange der Goldpreis die 1920 nicht unterschreitet. Das ist hier der Kern. Und das Buch von Thomas Bolkowski, ganz genau, da kommen die Pattern her. Der Dr. Gregor Bauer, der ist ja hier im International Federation of Technical Analysts ganz vorn dabei, der hat das sozusagen mit übernommen. Der kennt den Thomas Bolkowski auch persönlich. Tatsache ist, hier das Signal wirklich stark. Die FED heute streut sozusagen auch zusätzliches Benzin ins Feuer. Ja, Liquidität bleibt da. Auch mit dieser Mini-Zinserhöhung wird einfach ein Stück weit die Angst gebändigt. Aber es sieht zumindest alles sehr bullisch aus. Jetzt muss ich mal den Chat mal durchlesen. Lieber Andreas, heute kein Live-Trading. Ja, das Live-Trading hatte ich hier auch schon mal kurz im Chart drin. Euro-Dollar hat jetzt sozusagen hier, das ist der 15-Minuten-Chart, hat jetzt seine Average-Daily-Range sogar schon touchiert und zieht weiter nach oben, sieht bullisch aus. Ich hatte aber schon angekündigt, ich will jetzt hier erst mal warten, bis der liebe Andreas noch dazu stößt. Und ganz frische Nachricht, Realtime lässt grüßen, das Navi sagt, dass der liebe Andreas gegen 19.35 da ist. Das heißt, wir werden auf die letzte halbe Stunde, die US-Märkte haben ja noch ein bisschen weiter geöffnet, auf jeden Fall noch Action erleben. Vermutlich wird auch der liebe Andreas, das mobile Zeitalter lässt grüßen, hier tatsächlich am Ende des Tages auch noch ein Stück weit vorbereitet sein. Und wenn es denn so ist, wird er auch den einen oder anderen Trade, den er wahrscheinlich jetzt unterwegs schon ins Visier nahm, abfolgen. Tatsache ist, die Nachricht ist erst mal raus. Ich habe jetzt mit Absicht in das sehr große Bild geblickt, liebe Teilnehmer, weil mir wichtig war, euch da auch an der Stelle mal abzuholen, wie der Goldpreis sich generell entwickeln könnte. Und wenn wir jetzt den Euro-Dollar gleich besprechen wollen, von diesem kleinen 15-Minuten-Chart, was wir hier sehen, ins große Bild, dann mache ich das auch gleich gern, weil ich hatte vorhin erst auch einen Artikel dazu geschossen. Aber nochmal da zurück zum Goldpreis abschließend. Die Situation sieht hochgradig interessant und mit Verlaub bullisch aus. Aber jetzt muss ich auch die Offenlegungsgleichpflicht frönen. Das habe ich ja vorhin eh schon gemacht. Im Gold bin ich selber engagiert, physisch wie auch unter Traininggesichtspunkten. Insofern abwarten, was passiert, wenn der Markt jetzt nicht irgendwie einen Kollateralschaden bekommt. Man stelle sich jetzt vor, bei der Pressekonferenz in den nächsten sieben Minuten heißt das dann plötzlich, hoppala, wir drehen jetzt doch mal das Rad richtig auf oder Moment, wir drücken jetzt doch wieder aufs Gaspedal bei der nächsten Zinsanhebung. Das wird jetzt, wie gesagt, spannend sein. Die Pressekonferenz ist jetzt nochmal das i-Tüpfelchen, weil der Zinsschritt ist wie erwartet. Und deswegen warten wir einfach mal ab, bis die Pressekonferenz gleich startet. So, gern wird geschehen. Du musst dich nicht entschuldigen, Andreas. Hier darf jeder seinen Beitrag leisten. Und natürlich, normalerweise hüpft der lieber Andreas schon mit seinem Nasdaq 100 oder Dow Jones CFD umeinander. Ich wollte heute das einfach mal anders gestalten. Die Mada-Trading-Jungs hatten ja an der Stelle auch heute ein eigenes Event geplant. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir hier hochdreistellig unterwegs sind. Die 1.000 Teilnehmer-Marke haben wir jetzt nicht geknackt. Aber ich bin sehr zufrieden, dass so viele Teilnehmer uns hier die Treue halten. Und ich will hoffen, ich konnte euch ein Stück weit mitnehmen auf der Goldreise. Gebt es mir gerne Feedback. Wenn euch etwas gefehlt hat oder ihr noch Fragen habt, bitte reinhauen. Weil ich jetzt, wie gesagt, allein bin und keine Ahnung, wie viele Fragen jetzt in dem Chat sind. Das sind bestimmt 100. Also neben dem, dass ich ja abgefragt habe, woher der eine oder andere kommt. Und die Teilnehmerquote natürlich da immer relativ. Wie sagt man? Es gibt so viele stille Leser, okay? Da kannst du jetzt 1.000 Zuschauer haben und sagst, so jetzt bitte mal jeder einen Beitrag abgeben. Da werden maximal, weiß ich nicht, 150, 200 Leute ihr Statement abgeben, weil man eben sagt, man hält sich zurück. Aber das Webinar lässt natürlich Interaktionen zu durch den Chat, durch den generellen, sag ich mal, Interaktionspart. Ich könnte jetzt auch meine Cam noch anschalten, wie das, sag ich, die ganzen Gamer machen. Aber das ist ja jetzt völlig verpasst, weil, wie gesagt, die Ansage vom Andreas dann eben kurz vor Beginn war, Chris, sorry, ich schaff's nicht. Pünktlich staunen. Okay, das ist Leben in der Lage. Da müssen wir uns als Trater natürlich auch ganz klar mit sondieren. So, also Goldpreis haben wir gesprochen. Feedback, danke an der Stelle. Super, dass ihr das so akzeptiert, wie ich das heute hier mache, weil ihr kennt sonst die Events. Da wird hier im 5- oder 1-Minuten-Short umgeskypt. Ist nicht mein Fokus. Hatte ich früher auch mal diese Phase. Ich schaue lieber jetzt über den größeren Tellerrand. Das liegt auch damit im Kontext, dass ich jetzt, wie soll ich mal sagen, vom Workflow bedingt jetzt gar nicht mehr so tief in den kurzfristigen Timeframes bin. Aber deswegen jetzt hier gleich mal auf meinen Desk auch hier gegangen. Da gab es nämlich heute 17.18 Uhr der Euro-US-Dollar à la Rainbow mit Lust auf mehr. Auch hier noch ein paar Links. Und hier ist übrigens der Link zum morgen Rainbow-Tradings-Spezial. Das muss ich dann auch nochmal auf den Socials umeinanderschießen. Ich schieße es euch auch hier rein, wenn ihr nicht eh schon die E-Mail gekriegt habt. Und wer da morgen Lust drauf hat, ihr seht es hier, diesen reichhaltigen Serienkalender. Da gibt es im Prinzip auch die Landingpage dazu. Das heißt, jede Aufzeichnung wird hier sozusagen zur Verfügung gestellt und nachträglich ansehbar. Ich habe auch hier meinen Senf schon rund um das Thema Forex abgelassen. Das waren sogar über anderthalb Stunden am Ende. Aber ich meine, wenn ihr das euch anschaut im Nachgang, dann habt ihr ein besseres Verständnis vom Forex-Markt. Und, Horede, morgen ist dann hier dieses Rainbow-Trading am Start, wo wir jetzt schon den kleinen Slide gesehen haben mit dem Bullish-Engulfing. Aber ableitend darauf habe ich praktisch den Euro-Dollar vorhin analysiert mit diesem Rainbow-Shard. Und da schauen wir doch jetzt direkt nochmal in den Artikel. So, das ist der Rainbow-Shard. Den können wir jetzt auch gleich live uns nochmal betrachten. Um es vielleicht jetzt ganz kurz zu machen für alle, die keine Zeit haben. Es ist hier an der Stelle so, dass der Euro-Dollar von einem starken Abwärtstrend kam. Dieser Rainbow symbolisiert sozusagen den Abwärtsimpuls und hat am Ende ja diese Trend-Folge-Geschichte. Für viele ist das, ich sage es mal mit Verlaub, Augenkrebs, viel zu viele Farben und viel zu bunt. Nur ist es mit einem Blick durch diesen Rainbow möglich, einen Trend visualisiert zu sehen. Und der Euro-Dollar ist hier ein starker Trend und hat eben, ja, wie wir es beim Goldpreis auch gesehen haben, bis zum Ende des Jahres 2022 eine Abwärtstendenz gehabt, um dann einerseits hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu bauen und dann eben auch hier diesen Rainbow-Spin zu vollziehen. Und da sind wir jetzt direkt im Geschehen. Und da gehe ich jetzt mal, das speichere ich mal kurz ab, vielleicht mache ich morgen, morgen vertritt mich der Markus beim Devisenrad da, aber Unbeständen werde ich den Chart nochmal aktualisiert wissen. So, jetzt sehen wir den Rainbow hier, den wir gerade in dem Artikel gesehen haben, sozusagen nochmal hier aufgefächert mit auch Heike Naschik. Das ist auch so eine Trend-Folge-Kerzen-Indikation. Da will ich jetzt gar nicht zu viel auf die Fachspezifik eingehen. Das können wir morgen alles beim Education-Workshop thematisieren. Doch Tatsache ist hier, so wie ich den Goldpreis bullisch sehe und die 1920 halten muss, Schrägstrich sollte, so ist es hier beim Euro-Dollar die 1,054. Warum? Weil wir hier direkt so eine Art Dreifach-Boden haben, inklusive dieser Support-Levels von Anfang des Jahres. Und sollten wir die 1,054 nach unten auflösen, dann wäre das gleichsam mit einem neuen Jahrestief 2023 zu vergleichen. Und das wäre sehr ungünstig. Da wir jetzt von der Notenbank-Politik die Fahne geschwenkt bekommen, dass der US-Dollar, der US-Raum, die Zinsanhebungen langsamer werden, sehen wir, dass erstens der Euro-Dollar auf neue Preise hoch anzieht und auf den Rainbow bezogen diese Separation der kleinen Durchschnitte hier positiv wurde. Jetzt seht ihr hier den Rainbow entsprechend positiv aufgefächert. Ich will das jetzt nicht ganz genau im Detail auseinandernehmen. Das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Maßnahme. Nur die Trendfolge ist jetzt bullisch. Wir können den Rainbow theoretisch auch mal ausblenden. Wir wissen also jetzt um die Tatsache, dass die Preise jetzt hier in einem bullischen Fahrwasser sind. Also schaue ich nur auf bullische Kerzen. Das sind in dem Fall die blauen. Die überwiegen hier auch, weil wir natürlich einen Aufwärtstrend haben. Und zuletzt hat sich das Ganze dann hier praktisch zur Monatsmitte bestätigt. Die 1,054 hat auch gehalten und jetzt dreht der Preis auf. Nächstes Preisziel, das Reaktionshoch, was wir hier zum Monatsauftakt gesehen haben beim Euro-Dollar. Und dann ganz signifikant, das ist wieder sehr schöne charttechnische Ableitung. Dieses Level hier bei 1,1188. Dass das jetzt eine Schnappzahl ist, dafür kann ich an der Stelle nichts. Aber schaut her, das ist ein Ziellevel, was ich durchaus für möglich halte. Wie gesagt, keine Handelsempfehlung. Tut es jetzt nicht, um Gottes Willen, alles abheben, alles verkaufen, um genug Cash für diesen Trade zu haben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber meines Erachtens hoch beziehungsweise die Chance-Risiko-Verhältnisse auch immer noch interessant, hier einen möglichen Long-Einstieg zu suchen, um erstmal das letzte Reaktionshoch rauszunehmen und dann praktisch diesen Widerstand bei 1,1188 zu attackieren. Da haben wir auch die Marke von 1,10. Wichtiges Level. Sieht aber meines Erachtens alles sehr bullisch aus, was der Euro-Dollar hier macht. Und das passt in dieses Bild vom bullischen Goldpreis. Und insofern dürfen wir mal gespannt sein, wie der Monatsabschluss aussieht. Und wenn ich jetzt zum Monatsabschluss komme, möchte ich euch auch nochmal einen ganz großen Einblick liefern in einen Chart, den der ein oder andere vielleicht auch kennt, wenn er mich auf der Devisenseite verfolgt. Und da ist der Euro-Dollar-Chart bis ins letzte Jahrhundert, wollte ich fast schon sagen, hier sind Euro-Dollar-Preise zurückgerechnet, bis in die 80er Jahre. Doch das ist gar nicht so entscheidend. Wir sehen nur hier die Situation, dass wir diesen übergeordneten Abwärtstrend beim Euro-Dollar-Seiter-Finanzmarkt-Krise, wo ja auch das Geld in den Dollar flüchtete, wo ja auch die USA immer wieder schneller reagierte als jedes andere, sage ich mal, kapitalistische Land in dieser Welt. Auch hier nochmal der Querschlag auf die Leitzinsen. Hier 2008 zur Finanzmarktkrise. Hier kleine Trippelschrittchen ging es nach oben. Genauso die EZB. Also hier oben ist die Leitzinsrate USA in rot und blau ist die EZB. Und dann zur Finanzmarktkrise war, Lehman Brothers lässt grüßen. Dann sozusagen, das geschah dann aber auch erst hier 2008, dann diese massiven Zinssenkungen. Und ihr seht, dass die US-Notenbank der EZB mit Verlaub vorauseilt. Ja, also die sind immer etwas schneller. Und das führte auch dazu, dass die Euro-Dollar-Entwicklung darunter litt. Euro-Dollar heißt, hier wird ein Euro in Dollar gehandelt. Ja, das ist 1,085 US-Dollar. Und dann heißt es, wenn die Preisbewegung abwärts gerichtet ist, wertet der Euro ab. Er wird also praktisch abgegeben. Und der Dollar wird gesucht. Und weil die US-Notenbank eh schon und dann insbesondere seit der Finanzmarktkrise immer schneller agierte, hat sich dann Euro-Dollar hier über einen sehr langen Abwärtszeitraum nach unten bewegt. Der eine oder andere wird auch hier dieses Harmonik-Pattern kennen von mir, dieses Gartley-Pattern. Das hatte ich ja schon seit 2016 mal auf der Pfanne. Ich glaube, und das ist jetzt auch wieder nur eine Spekulation, dass wir aus welchen Arten auch immer gegründet, eine weitere Aufwertung beim Euro-Dollar in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar in den nächsten 1, 2 Jahren sehen und den unter Umständen wieder bis 1, 20 laufen. Wir haben sehen können, sozusagen, dass der Euro diesen Abwärtstrend nochmals versucht zu überwinden, wie das hier auch sozusagen zur Corona-Pandemie der Fall war. Und hier hat sich dann auch herausgestellt, dass die US-Notenbank wieder aggressiver vorgeht als der Euro-Raum. Wir haben ja in der Eurozone viel zu spät auf die Inflationsentwicklung reagiert. Das führte dann dazu, dass auch hier wieder der Dollar pro gesucht war und der Euro dann hier sozusagen auch neue Jahrzehnte-Tiefs generierte und dann eben auf das Niveau, und das ist schon ein Stück weit crazy, auf das Niveaus oder die Niveaus zum Anfang des Millenniums zurückgefallen ist. Und auch das ist spannend. Diese Marke von 0,9680 hatte ich gefühlt schon seit, seit wann benutze ich diese Schadsoftware? Bestimmt schon seit mittlerweile fast 15 Jahren. In jedem Falle, im Rahmen dieses Abwärtstrends, war das für mich ein Worst-Case-Level. Schaut es da gerne mal Videos aus 2014 oder 2015 an. Da ist die Linie tatsächlich schon drin. Wissentlich, dass ich einen Rückfall zur Parität als das Worst-Case-Szenario ansah. Und das ist ja genau geschehen. Und ihr könnt euch vielleicht auch an die Medien erinnern, die dann hier geschrien haben, hey, Euro-Dollar, Parität 1,00. Jetzt ist der Euro wirklich nichts mehr wert und dergleichen. Und dann wie aus Wunderhand ist es passiert, dass der Euro doch wieder an Stärke gewann, weil jetzt die US-Notenbank wieder die Liquidität aus dem Markt genommen hat. Und auch wiederum schneller, weil die EZB zu spät reagiert hat auf die Inflationsentwicklung. Das führte jetzt eben dann zu diesem Umdenken und auch dieser Euro-Stärke. Und es könnte, und das ist jetzt das, worauf ich mein Augenmerk legen will, neben diesem Tagesshot beim Euro-Dollar, den wir gerade gesehen haben, hier dazu kommen, dass wenn wir das letzte Zwischenhoch rausnehmen, das war exakt 1,10,33. Also wenn wir die Marke von 1,10 überwinden, dann habt ihr ja gesehen, die 1,11,88. Als nächstes Widerstandslevel hier oben diese Zone. Jetzt schraube ich mich mal langsam dahin. Das war dieses Level. Dann würde das, wenn das auf Monatsschlusspreisbasis passiert, weil auch hier sind wir im Monatschart unterwegs. So eine Kerze ist ein Handelsmonat. Ihr seht das, wenn ihr seht, hier aus dem Jahr 2010 kommen, bis zum aktuellen Preisgeschehen. Und wenn wir aber über die 1,10 rausgehen, wenn wir diese, ich sag's mal, primäre Abwärtstrendlinie nochmal nach oben auflösen, dann ist eben hier ein ableitbares Preisziel die Marke von 1,20 Schrägstrich 1,23,50. Nochmal eine sehr signifikante Widerstandszone, die sich hier sozusagen ansiedelt. Und ich wage zu behaupten, dass der Euro hier eine weitere Aufwertung erfahren dürfte. So, jetzt muss ich mal schauen. Die Pressekonferenz startet schon. Herr Jedes, habe ich das in meinem Redefluss völlig außer Acht gelassen. So, Bankensystem. Es wird weiter auf diese Trommel gehauen nach dem Motto, unsere Banken sind sicher. Bankensystem hat genügend Kapital und Liquidität. So, Leute, jetzt frage ich euch mal. Der Leitzins wird erhoben. Es wird sozusagen Geld teurer, wenn man sich's denn leid. Hintenrum wird aber die US-Notenbank-Bilanzsumme wieder aufgeblasen und es wird unendlich die Liquidität zu, ich sag's mal, Ramschpreisen zur Verfügung gestellt. Was ist denn nun die Wahrheit? Man darf sich wirklich fragen, was die Zielsetzung dessen ist. Ich glaube, wie gesagt, bevor das Finanzsystem kollabiert, weil zu viel Geld aus dem Markt fließt, wird er die höhere Inflation in Kauf genommen. Der Dollar also insofern nicht mehr als vorderste Front angesehen, was dazu führen könnte, dass eben der Euro weiter aufwertet, passt komplett in mein, ich sag mal, übergeordnetes Bild. Und andererseits, schwupp, wir gehen jetzt hier auch nochmal auf den Goldpreis, andererseits der Goldpreis hier im Big Picture nach oben läuft. Und nehmen wir das nominale Allzeithoch bei 2075 heraus, dann sehen wir hier auch, da will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, wie ich auf diese Zahlen komme, das sind Fibonacci Extensions, sozusagen vom goldenen Schnitt abgeleitete, ich sag's mal, ja, Visualisierung für mögliche Preisziele. Aber ich glaube dann, dass die Marke von 2140 und 2500 Dollar mittel- bis langfristig erreichbar scheinen. Das ist auf jeden Fall meines Erachtens eine interessante, ja, ich sag's mal, Feststellung für die Teilnehmer, die heute beim Event erstmals dabei sind oder die heute beim Event sozusagen mal nicht nur den Ein-Minuten-Short sehen von dem Andreas, der sich ja meines Erachtens demnächst hier einfinden dürfte. Also wir warten einfach mal ab, weil er sich dann sozusagen hier im Webinar mal meldet und dann dürft ihr mal sehen, wie schnell der Andreas die Märkte hier an der Stelle covert. Der sitzt ja auch gute, ja, mit Verlaub gesagt, sieben, acht Stunden. Er macht ja eine riesen Marktvorbereitung. Er macht ja auch unseren eigenen Research, also hochgradig interessant. kümmert sich da wirklich um vieles, um eben auch hier am Markt und Brand aktuell dabei zu sein. Er hat auch übrigens, ich hatte gestern mit ihm ja auch die Ehre des Webinars, schon die 0,25 Basispunkte, wie wir das hier auf dieser Fedwatch ja auch schon gesehen haben, auch schon, ja, erwartet angenommen. So, das ist immer noch nicht weitestgehend aktualisiert. Das ist jetzt durch. Jetzt schauen wir aber noch mal kurz auf die Indexmärkte. Bevor der Andreas den kleinen Chart bedient, ich schaue hier auf den S&P 500, größter Leitindex in den USA, das oder der Platzhörsch, wenn es um Liquidität und auch große Aktien geht. Hier haben wir übrigens diesen Death Cross gehabt. Was heißt das? Das heißt an der Stelle, wenn der Markt oder vielmehr die zweigleidenden Durchschnitte, immer 50, immer 200, sich von oben nach unten crossen, das ist ein Death Cross, also der kurzfristige, den langfristigen Cross und ein Golden Cross, das ist sozusagen ein bullisches Signal, ist es, wenn der kurzfristige, den langfristigen von unten nach oben kreuzt. Wir sehen hier die Thematik, dass es ein Stück weit ein Seitwärtsgeschiebe ist und jetzt zunächst eben aufgrund der Schwäche, die wir jetzt Anfang des Monats gesehen haben, der Markt unentschlossen wirkt. Und ich möchte jetzt auch mal hier eine These in den Raum werfen, dass ich vermutlich davon ausgehe, dass die Aktienmärkte in den nächsten Jahren wild seitwärts konsolidieren oder was heißt konsolidieren, seitwärts tendieren, da wir, und das freue ich mich jetzt mal mit Absicht raus, seit der Corona-Pandemie, seit diesem Crash und der entsprechenden Erholung, haben wir eine Rallye gesehen, jetzt freue ich mich noch weiter zurück, schaut mal her, woher wir kommen. Das sind ja, ich sage es mal schon fast, 45-Grad-Winkel-Anstiege. Hier ist es durchaus, ich will sagen, keine Überraschung, dass der Markt auch mal pausiert. Wir haben immer zwischengeschaltet, auch schon ernsthafte Korrektur-Modi gesehen, sind aber jetzt laufend immer noch in einer Phase, die ja durchaus auch noch weitere Thiefs provozieren könnte, wenn wir es eben jetzt nicht schaffen, nach oben aufzudrehen. Und ja, es wird davon abhängen, wie die Notenbank jetzt diese Zinsmaßnahmen, die ja jetzt restriktiver angedeutet sind und auch umgesetzt werden. Stichwort auch Bankenkrise, Liquiditätsengpässe, Rezession, das ist so ein Cocktailkrieg in der Ukraine, Rohstoffknappheit immer noch gesegnet. Das heißt, wir haben ja so viele, ich sage ich mal, Krisentöpfe, wo ich wirklich jetzt die Notenbanker oder insbesondere die Notenbank der USA nicht beneide, Entscheidungen zu treffen, weil das natürlich auch Entscheidungen sind, die sich dann mittel- bis langfristig erst mal ein Stück weit zeigen müssen. Und der US-Markt, wie gesagt, hier der S&P im großen Bild, hat wie gesagt, nach circa 27-prozentiger Korrektur vom Allzeithoch des Jahres 2000 oder halt der S&P hat sogar erst 2020 das Allzeithoch gemacht. Der Nasdaq 100 war da im November 2021 schon dran. Hier auf jeden Korrektur vollzogen, jetzt im Rücklauf gesehen und ihr seht, dass der Bruch der Abwärtstrendlinie, das Comeback in Sache eines Golden Crosses ist noch nicht zurecht gelungen. Und das Risiko ist natürlich hier, wenn wir jetzt nicht weiter nach oben aufdrehen, was dann eben die letzten Reaktionshochse als Ziellevel in Aussicht stellt, dass wir hier wild seitwärts umeinander oszillieren. Und im Worst Case, und auch da muss ich jetzt aufgrund des großen Zuschauerkreises und eben der Thematik dessen, dass ihr wahrscheinlich alle diese Charts gar nicht so kennt, weil ihr doch meistens dem lieben Andreas hier an den Lippen klebt, möchte ich euch den Siebenjahreszyklus vom S&P zeigen, der eben auch hier durchaus, wenn sich der Zyklus von 2000, und das ist ein Zyklus, der geht über die letzten 100 Jahre zurück, bis ins letzte Jahrhundert, dass man hier an der Stelle sozusagen immer wieder diesen Siebenjahreszyklus erlebt hatte, wo nach Markantenhochs im Siebenjahresabstand auch weitere Tiefs folgen. Und wir sehen hier, dort kommen Blase. Crash, da kam der Siebenjahresabstand und es gab nochmal das Doppelte obendrauf an Abschlag. Finanzmarktkrise, Siebenjahresabstand runter. Das Einzige, wo es hier, und da gab es auch so eine China-Krise, aber die Liquidität sei Dank, hat sich sozusagen in 2015, 2016, hat sich das Ganze nicht umgesetzt, aber 2015, 2016 plus 7, ja, was ist das? 2022, 2023, genau hier sind wir. Und hier hat der S&P eben im Januar 2022 das Allzeithauch gemacht, ein markantes Reaktions-All-Time-High markiert. Und hier ist der Siebenjahresabstand eben im Juli 2022 gewesen. Und wir sehen jetzt hier anhand des Charts, dass wir noch gar nicht so weit zurückgekommen sind. Soll heißen, wenn das jetzt abwirkt, also diese Erholung, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, auch jetzt hier, das ist wie gesagt der Monatschart, ganz großes Bild. Aber die Erholung, die wir hier seit Oktober gesehen haben, wenn die jetzt sich nicht weiter fortsetzt, ist das Risiko gegeben. Und da sind die Marken gleich dem ganz großen Chart, dass wir, hochsage ich schon, das Tief vom Oktober rausnehmen könnten und der S&P in Richtung 3.250 Punkten fallen kann. Das heißt, dass es hier nochmal mit der groben Kelle für alle Aktien gibt, sofern der Markt jetzt hier nicht wieder auftritt. Und das wird natürlich impulstechnisch von den nächsten Inflationsdaten, von den nächsten Bankmeldungen und natürlich auch vom Liquiditätsgebaren der Notenbanken, sage ich mal, abhängig sein. Und das Statement, was wir hier sehen, und ich gucke mir jetzt auch gerade ein Stück weit den Ticker an, ist ganz klar, Entwicklung im Bankensystem wird wahrscheinlich in strenger Kreditvergabe münden. Oje, Inflationserwartungen bleiben gut verankert. Aktivität im Häusermarkt bleibt aufgrund höherer Zinsen schwach. Ein Riesenthema, wo man sagen muss, es wird kritisch. Und jetzt kommt noch gerade ein Statement. Paul, das ist der US-Notenbank-Chef, haben eine Pause in der Erwägung gezogen, also eine Zinsschrittpause. Ich glaube ganz sicher, diese Pause haben sie mit heute nie, oder mit dem heutigen Tag nicht vollzogen, weil die Angst im Raum stand, wenn die US-Notenbank statt einer 0,5-Basispunkte-Anhebung auch keine 0,25 macht, sondern gar keine, wäre das Vertrauen ins System und nichts anderes als unser Finanzsystem. Wir vertrauen unserem Geldschein, der ja per se eigentlich wertlos ist, beziehungsweise wir vertrauen den Geldhütern, den Notenbanken. Wenn dieses Vertrauen schwindet, dann ist das natürlich ein absolutes Desaster. Und hätten sie die Leitzinsen nicht angehoben, glaube ich, hätte sich das rächen können. So, warte mal, jetzt blickert es rein, der lieber Andi ist da. Na meine Güte, das ist ja eine Unglaublichkeit. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Andreas finde. Absolut stark. So, jetzt muss ich aber den Chat mal durchgehen. Wann kommt die Aufnahme vom Andreas Bernstein Date Trading Chancen im DAX A? Lieber George, du meinst bei der Serie Traden mit kleinem Konto, das mag an unserer Marketingabteilung liegen, die dieses Video mal konvertieren und modellieren. Die Mail, wenn du dich angemeldet hast zum Traden mit kleinem Konto, geht zeitnah raus. So, der Andreas ist gleich da. Jetzt habe ich natürlich so viel Saft hier eingeschenkt. Ich hoffe, ihr seid immer noch wach und da. Grundsätzlich ist es A schon spät und B habe ich das schon ewig nicht mehr gemacht. Ein langer Event am Abend sozusagen vollzogen. Das habe ich eigentlich vor zehn Jahren war das eigentlich mein Daily Business, will ich fast sagen. Und ich sehe, Kuckucklieber Andreas ruft da rein. Ja, schau mal. die Gilde Andreas ist schon da. Jetzt gucke ich mal, dass ich dich zum Moderator mache. Ich hoffe, du hast schon eine Espresso getrunken, die Schnabeltassen mit Wasser neben dir stehen und deine Systeme hochgefahren. Jetzt muss man mal sehen. Mach mal nur ein Mikro. Jetzt gucken wir mal, dass ich dich auf jeden Fall erst mal tonlich dazu kriege. So, Maik ist an. Andreas, bist du wohl angekommen zu Hause? Hi, Chris. Pünktlich zur Fettsitzung. Bereiten wir uns mal vor oder war schon was? Ah, Sommerzeit vergessen, mein lieber Andreas. Theoretisch ist es 1950, aber Obacht geben, es war schon vor einer Stunde die erwartete Leitzinsanhebung. Das wirst du aber mitbekommen haben. Ja, so halber ich mitgekriegt. Wo sollte nur ein Scherz sein? Tatsächlich, ich bin im Stau gewesen und wenn man es nicht gebrauchen kann, hat man auch noch mal sowas und wenn dann der Akku vom Elektroauto dann nur noch rumflackert, hast du Not, überhaupt noch nach Hause zu kommen. Oh je. Ich bin ja froh, dass du wenigstens da bist. Vielleicht nimm dir erst mal ein bisschen Zeit, komm erst mal an. Ich habe die große Kelle geschwungen heute auch den Goldpreis. Das hat vielleicht den einen oder anderen gelangweilt, aber ich sage mal so, ich bin da schon vom Kleinen ins Große gegangen und habe auch ein Stück weit die ganz großen Charts gezeigt. Der eine oder andere fragte schon, hey, was ist heute mit dem Live-Trading? Das gab es ja damals bei Marder meines Erachtens auch nicht so aggressiv. Insofern, ja, tatsächlich, Andreas, wenn du sehen kannst, was passiert an den kurzfristigen Möglichkeiten. Die Märkte haben ja heute eh eine Stunde weniger geöffnet aufgrund eben der Sommerzeitgeschichte. Ab nächsten Wochenende laufen wir da wieder gleich klang und dann beim nächsten Webinar-Event, Andreas, dann starten wir auch wieder 19.50 Uhr erst. Aber nichtsdestotrotz, gut, dass du jetzt dich eh noch dazugeschaltet hast und hast und jetzt dann auch gut daheim angekommen bist. Das ist ja erst mal das Wichtigste. Gerne, gerne. Ich würde auch direkt mit vielleicht einem Blick auf DAX, Euro, US-Dollar und wenn du sagst, US-Märkte auch gerade spannend in S&P, falls du den noch nicht hattest. Du, ich war gar nicht in den kurzfristigen Timeframes. Einzig Euro-Dollar hatte ich mir hier auf die Pfanne gehauen, eben im Kontext dessen, dass der Dollar dann doch jetzt ein bisschen gebremst wird durch diese dann doch schwächere Leitzinsanhebung als wie ursprünglich vor drei, vier Wochen angedacht. Aber du hast auch schon Orakel, die Null wäre relativ schlecht. Wir sehen aber jetzt hier auch interessant beim Euro-Dollar, nochmal kurz zu dem Chart, bevor ich dann den Bildschirm gleich rübergebe. Wir haben hier an der Stelle die 90 Pips, die der Euro-Dollar sich in der letzten Zeit am Tag bewegt und jetzt sind wir hier schon deutlich drüber mit nämlich eben aktuell 106 Pips schon auf der Oberseite. Die Range ist sichtlich erschöpft und er pumpt sich hier weiter nach oben. Also der Euro ist sehr stark gefragt. Der Goldpreis gleich Samen und jetzt wollen wir mal sehen. Ich denke, die Indexmärkte, lieber Andreas, sind im Fokus der Anleger ganz, ganz vorn. Also ich gebe dir mal den Bildschirm rüber, wenn du soweit bist. Ja, gerne. Mach mal rüber und wir können den herwechseln. Wir können den herwechseln. Ich muss auch mal den Chat ein bisschen checken, weil jetzt wird nochmal nach dem Link gefragt und dann kann ich auch ein bisschen in der Historie herumkramen. Aber jetzt schauen wir mal, was der Andreas macht, der jetzt sozusagen gleich seinen Bildschirm überträgt. Und dann sind wir auch schon wieder als Duo am Start und da sehen wir den DAX 30 im einen Minuten Chart, du Wilder. Dann lasse ich dir mal das Wort. Ich trinke erst mal was zwischendurch und habe natürlich das Auge auf die Fragen und den Chat und Chart gerichtet. Genau, genau. Also ich würde mit dem DAX mal ganz kurz anfangen, da wir heute Morgen ja schon im Live-Trading rum drauf hingearbeitet hatten. Der Markt hat ja tatsächlich hier es geschafft, am gestrigen Tag auszubrechen über ziemlich wilde Levels, muss man sagen. Und das habe ich dann entsprechend eingefangen oder versucht einzufangen mit einem Stop-Sell. Also das heißt, wenn der Markt hier nochmal nach unten kommt, ich habe mir als Linie eben diesen Hochpunkt vom Freitag gesetzt, den wir zum Verfallstag gleich zum Handelsstart hatten. Das ist die 15,150. Und wenn man das hier rüberzieht, dann war das tatsächlich auch erstmal ein Unterstützungsniveau und hat sich heute den ganzen Tag über durchgezogen und ist eben auch zur Fettsitzung nicht gefallen. Also das soll eben nochmal symbolisieren, dass wir Marken in Indizes, die eigentlich gar nichts direkt mit einer Zinssenkung in den USA zu tun haben, also nicht direkt, indirekt sind die Märkte natürlich miteinander verzahnt, auch dann am Abend oder am Folgetag dann immer mal wieder bestätigen. Und der Stop-Sell ist immer noch aktiv, also der ist nicht ausgeführt worden, da fehlten hier am Morgen irgendwie zwei, drei Pünktchen. Interessant ist, dass auch der Hochpunkt, der jetzt gerade zur Fettsitzung angelaufen wurde, in der Tagesrange war, also ein, zwei Punkte höher, das kann auch ein typisches Stop-Fishing gewesen sein, aber da ist nicht viel passiert und das hier ist das Einfallstor zu dieser großen Range, die wir im großen Zeitrahmen gesehen haben, also wenn man hier nochmal in den Februar zurückgeht, das kann man dann im Tagesschart sehr gut machen, dann beginnt die ab diesem Level, deswegen habe ich mir die 15, 250 mal markiert und könnte dann auf den großen Zeitebenen weiter vollzogen werden. Und da hat es der DAX auch nicht geschafft, sich nachhaltig drüber zu setzen, zumindest nicht im Xetra-Markt, wenn ich das Ganze mal umschalte und gehe mal in Stock 3 Terminal rein, da haben wir den DAX logischerweise hier auch, im Xetra-Chart habe ich jetzt mal belassen als Xetra, damit man auch sieht, wo der Markt heute geendet hat, weil da war die Fettsitzung nämlich noch gar nicht quasi absehbar, was da passiert und auch da möchte ich diese Range mal einzeichnen, die beginnt tatsächlich hier um die 260, so habe ich es zumindest eingezeichnet und geht bis so 650, 665 hoch, diesen einen Ausbruch zum Jahreshoch, ja, den können wir mal stecken lassen, weil auf der Unterseite haben wir auch öfters Ausbruchsversuche gesehen und selbst die letzten Tage, wir können, wenn wir wieder die Range zurücklaufen als einen riesen Ausbruchsversuch, da sagt man fast schon Bärenfalle zu, interpretiert werden, wenn wir wieder reinkommen, aber so weit ist es noch nicht, wir sind noch nicht drin und auch wenn wir außerbörslich jetzt wieder bei der 260 sind und im Hochbein der 304, ist das ja im Grunde genommen immer noch diese Phase, wo drüber entschieden wird, kommen wir wieder rein in die Range oder nicht und nimm das bitte nicht punktgenau, also da kann der Markt auch so 5 Punkte oder mal auch 20 hin und her spielen und trotzdem zurücklaufen, also wir haben das ja letzte Woche gesehen, dass wir da reingelaufen sind, das war der Dienstag, haben erst mal den Anschein erweckt, dass er wieder in die Range zurück möchte und dann gab es trotzdem ein neues Tief und den Rest der Geschichte kennen wir ja ab, dem Wochentief, wenn wir das mal jetzt am Mittwoch schon mal sagen dürfen, ja die Woche ist ja noch relativ jung und da nehme ich mal ein anderes Instrument hier rein, müsste jetzt hier so sein, ab, ne immer noch nicht, da habe ich immer ein bisschen Kriegsfusie mit der Stock3-Plattform, jetzt habe ich es, genau, nehmen wir mal den Hoch zum Tief, sind das eben 840 Punkte ja innerhalb von zweieinhalb Handelstagen, das ist schon Wahnsinn und das weckt eigentlich auf den ersten Blick die Gefühle, dass man hier auf eine Konsolidierung spekuliert, weil so eine schnelle Bewegung oftmals nochmal konsolidiert wird, aber was man dabei unterschätzt, ist die Dynamik, das Momentum und wenn es tatsächlich dazu kommt, dass wir in diese Range reinlaufen, das ist quasi mein Ausblick für den morgigen DAX-Handelstag, mehr dazu morgen im Live-Trading-Room, haben wir eine ganze Stunde Zeit, der Markus ist ja auch stimmlich stärker angeschlagen als ich sogar, deswegen werde ich das morgen übernehmen, könnten wir mit einem Short-Squeeze auch durch diese Zone durchlaufen und das hat dann wenig damit zu tun, dass Anleger sagen, oh, interessantes Kauflevel, weil das hätten sie sich ja auch vor einem oder zwei Monaten hier in der Range schon überlegen können, dass es interessantes Kauflevel ist, nein, das ist tatsächlich dann dem Umstand geschuldet, dass Fehlpositionierung im Markt sind und die werden dann sehr schnell bereinigt, genau das sieht man dann eben auch bei den fast schon erratischen Bewegungen, die wir hier in der letzten Stunde gesehen haben, also ich glaube nicht, dass hier Anleger im DAX da ganz locker rangehen und das hat natürlich auch beim Futures Erfolge, dass es einen enormen Spread gibt, also da muss man vorsichtig sein, obwohl dem, der im CFD-Handel unterwegs ist, wie man hier rechts zieht an den Notierungen, da ist der Spread konstant, zumindest bei JFD, bei anderen Programmen habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber ich werde es bestimmt morgen wieder, wenn ich mal quer durch die Communities gehe zu Wall Street Online und so weiter lesen, was es da nicht nur an Handelsaussetzungen gab, sondern auch an Spread-Ausweitungen, also dass man rechtssicher, sage ich mal, wenn man mit dem Partner JFD hier zusammen arbeitet, das ist quasi die erste Würdigung vom Markt und ich würde da gleich mal umschwenken und mal vom DAX weg auf die anderen Märkte schauen und da sieht man sehr interessante Setups, zum Beispiel beim Nasdaq, lass uns mal hier beim Nasdaq in Stocks records bleiben und im Fünf-Minuten-Chart, denn da ist es oft so, dass Unterstützung und Widerstände, wenn die mal ganz kurz antuschiert werden und dann wieder zurückgekauft, wie hier der Fall, wir sind quasi von einem ursprünglichen Hochpunkt, das ist direkt zur Entscheidung gewesen, zurückgelaufen, haben also erstmal noch ein weiteres Hoch danach formiert und kommen wieder in den Handelsbereich zurück, wo wir vorher waren und dann ist das oftmals ein Signal, dass der Markt auf der Oberseite, deswegen habe ich das eingekreist, gar nicht mehr die Power hat, im Trend weiterzugehen und der läuft dann in der Regel in dieser Range, die es eben davor gab, zurück. Das kannst du auf der Oberseite sehen, das kannst du auf der Unterseite sehen, also wenn du quasi vor der Entscheidung, jetzt habe ich wieder die Kreis erwischt, hier die Ellipse wollte ich erwischen, also die will aber auch nicht heute die Ellipse, hast du auch manchmal so eine Ellipse, die nicht in der Hand einigen. Das ist aber gut, dass du malen nach Zahlen machst, Andreas, sozusagen auch mit der Ellipse, das ist in der Tat ein wenig Übung, ich weiß ja, dass du TradingView verwöhnt bist, aber ich mag es und finde es klasse, dass du Stockfree mittlerweile auch zu schätzen warst, weil die haben auch schöne Fundamental Scan-Tools, zumal natürlich die Konnektivität wichtig ist, aber jetzt bist du natürlich genau da drin, wo viele Leute die letzten Stunden hingeblickt haben, nämlich im Fünf-Minuten-Chart die Einschätzung, was macht denn jetzt der NASDAQ, also wie gesagt, alles gut und jetzt sieht es aber wirklich sehr wild aus von den Strichen her. Ich kriege die Ellipse nicht hin, wie machst du das? Wie gesagt, ich weiß gar nicht, geh doch nochmal links auf das Zeichenobjekt der Dreiecke und dann hast du ja im Prinzip, ja du hast einmal den Kern der Ellipse und dann praktisch den Radius, den Dehnungswinkel sozusagen, wenn man es mal kreislich ausdrücken darf, aber ich sehe momentan gar keinen Pfeil von dir, ich sehe praktisch nur noch den NASDAQ da umeinander, genau, da so, jetzt Ellipse drauf, zack, und dann einmal drücken. Er bleibt bei dem Markierungsding. Ach komm, ich gebe es auf, also hier unten, also wenn es hier unten geht, sieht aus wie bei Michael Vogt, kommt gerade rein, lieber Detlef, der ist mal gut, na gut, dass der Micha nicht zuhört, aber der Micha, der ist da auch sehr ambitioniert bei seinen Zeichnungen, das weiß ich wohl, also pass auf, am besten Reload, am besten hier nochmal sauber wischen, hier wie früher das bei der Tafel der Fall war, und nochmal von vorne, mache Classic Business. Nee, ich gebe es auf, das war es für mich, also jetzt habe ich auch meinen Willen gezeigt und meine Bereitschaft, mit Stock Street zu arbeiten, aber du siehst, ich stoße an meine Grenzen, also was ich damit sagen will, wenn es oben mal rausfluckt und wieder zurückkommt, genauso wie unten, wenn es mal kurz drunter geht und wieder zurückkommt, dann ist das eher ein Gegensignal, und ich hatte versprochen, dass ich hier auch heute mal den S&P 500 mit reinbringe, den sonst immer nur der Markus reinbringt, und ich habe den tatsächlich ja hier auch mit, ganz jungfräulich, der müsste dann irgendwo hier hinten, hinten, hinten dabei sein, ich habe ihn auf alle Fälle hier S&P 500, das müsste der sein, wir schauen mal, ob er das ist, das ist er, genau, super, dann haben wir den hier auch mal durchgestartet, dauert noch kurz, es ist ja Zeit, es ist ja Zeit, dass du den mal mitnimmst. Ja, ich habe mir dir auch die Anregung immer zu Herzen genommen, die hier quasi reinkommen, Trink auch mal ein Tee, übrigens, EWU schreibt gerade, du bist im Freihandmodus und den musst du wieder ausschalten, aber okay, das Lernen nach Zahlen, dann machen wir mal eine extra Education Stunde, jetzt bist du ja hier im Metatrader, Upgrade durch den Stereo Trader, wo ich auch frohe Kunden dann in naher Zeit habe mit diesem sehr coolen Tool, wo du ja auch schon mit arbeitest seit langer Zeit, aber jetzt hast du das ja sozusagen im Loop, die Märkte kommen auf jeden Fall zurück, wie auch der Goldpreis lese ich im Chat. Genau, das ist auf alle Fälle was, wo man dann überlegt, wenn diese Ausbruchsszenarien wieder revidiert werden und ich habe jetzt bewusst mal den großen Chart genommen, den Stundenchart, da sieht man das nämlich auch, dass wir hier zurückkommen, das was ich gerade kennzeichnen wollte oder gekennzeichnet habe mit dem Nestle, das sieht man dann auch in großen Zeitebene und wenn du dann wieder in die Kleinen reingehst und er fällt wieder zurück in die alte Range, dann ist das halt quasi eine Idee, dass man sagt, okay, das ist wieder, da will ich rein, das will er hier wieder irgendwie nicht, Mann, 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 Mann. Also manchmal hängt hier bei mir was, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auf alle Fälle ... Andreas, das fing ja schon mit der Fahrgeschichte an, wenn der Wurm drin ist, du kennst es, dann ist es richtig drin, ich ziehe eben einen Hut, dass du noch an den Rechner bist, weil jeder andere hätte gesagt, Gott sei Dank, ich bin zu Hause, ich brauche jetzt erstmal ein kühles Blondes, wie unser Bernd, der wird jetzt erstmal wieder an der Schnabeltasse sein Bier trinken. Wahrscheinlich, aber jetzt auf alle Fälle gilt zu sagen, wir sind wieder eingedrungen in diese Range und das ist ein Short Setup, wo du dann in den kleinen Zeitebenen sagen kannst, okay, er ist eingedrungen, ich gehe, ich mache mal hier einen Pfeil rein, also sinnlücklich für die Order, wir gehen Short und setzen den Stopp dann entweder über die letzten Verlaufshochs und da würde ich dann tatsächlich, wenn solche Kerzen in Abfolge kommen, auch die letzte Kerze nehmen, also hier oben rein, dann den Stopp gesetzt, den nehmen wir dann mal in Rot als Eigenschaft, wir denken uns das mal sinnbildlich, also jeder Handel ja auch sein Konto, ob ich jetzt meins bemühe oder irgendwas hier hängt, keine Ahnung, spielt dann auch nicht die entscheidende Rolle, aber wichtig ist, denn die Position zu managen, wenn du sie dann hast und dann kannst du, je mehr Kerzen sind, auch im Beginn, mit einer Abwärtstrendlinie zu arbeiten und an diesen Stops das Ganze weiter nachzuziehen, würde ich tatsächlich dann als nächstes, wenn die nächste Kerze hier fertig ist, als Ziel habe ich dann immer einen Durchlauf durch diese Range, also dass wir hier unten reinlaufen und dann uns hier um die 3.989 ist das 3.990 hier aufschlagen, also oben short beim Eindringen, weil es einfach mit einer Ernüchterung zu tun hat, auch der Nest, der kommt ja jetzt unter 12.800 zurück, der Dow ist um 32.500, also der kommt auch zurück, der hat gestern übrigens das Gap Intraday nicht ganz geschlossen, da ist noch ein kleines Gap zurückgeblieben und wenn einmal der Markt da wirklich Bewegung aufnimmt, der DAX jetzt unter 15.200 wieder, dann ist es auch schwer, das Ding nochmal zu drehen. Ich habe jetzt die Kommentare nicht alle im Blick gehabt, weil ich erstmal alle Monitore alles neu starten musste, also ein bisschen Blindflug im Sinne von, was hat Jerome Powell eigentlich gesagt, also Zinsen ja, wie erwartet, aber er sagt ja auch noch was, wir sehen zum Beispiel keine Zinssenkung in diesem Jahr, hat er verlauten lassen, das ist was, wo viele Marktteilnehmer sagen, oh, da war ich mit gerechnet, das ist dann eher enttäuschend und damit es nicht enttäuschend bei so einem Trade wird, würde ich dann, sobald die Kerze wieder nach oben kommt, also wir haben jetzt eine Abfolge von mittlerweile sieben roten Kerzen oder schwarz hier, die Position hier am Range-Eingang abstoppen, das heißt, wenn man hier short gegangen ist, war mir leider nicht vergönnt, warum auch immer, wäre ich jetzt so zehn Punkte im Plus, kann ein Buchgewinn mitnehmen, es ist auch die runde Zahl, die 4.000, deswegen macht es das so spannend beim S&P, denn da scheiden sich ja auch psychologisch öfters mal die Geister, soll ich da long gehen, soll ich short gehen, da wird auf alle Fälle umgeschichtet an der 4.000 und Ziel bleibt, wie gesagt, für dieses Trading-Setup, dass wir unten reinlaufen in die 3,89 und dann kann man den Stopp auch noch weiter nachziehen, also die Trendlinie ist mein Richtungsgeber, mein Taktgeber, den Stopp habe ich jetzt auf Break-Even quasi sinngemäß liegen und wenn wir hier runterkommen, da kommt mit der Range natürlich ja auch das Tief einher, was wir vor ein paar Minuten gesehen hatten und wenn die Kerze hier unten anschlägt, wäre ich dann immer bereit, die Hälfte der Position rauszunehmen, so ein Take-Profit für eine Teilposition ist immer gut für das Gemüt, sage ich ja, also für die mentale Stärke, dass du sagst, du hast hier schon mal was verdient, ja, also du bist nicht mehr mit leeren Händen, denn so ein Ausstopp auf Break-Even ist ja am Ende mit leeren Händen dastehen und entsprechend der Weiterentwicklung der Trendlinie würde ich dann auch den Stopp hier weiter reinsetzen, nämlich auf die letzten Kerzen hier drauf, also das heißt, wir haben dann bei so einem Setup jetzt schon einen Gewinn von drei Pünktchen gesichert im S&P und warten hier unten drauf, dass es hier tatsächlich aufschlägt auf die drei, neun, acht, neun, um dort quasi eine Teilposition zu realisieren und wenn du dir nach oben schießt, dann hast du ja nichts verloren, sondern hast ein Stück sogar gewonnen. So ist meine Denkweise in Verbindung mit den Werken. Ich hoffe, man hat es auch trotz nasalen Infekten ein bisschen gehört. Ja, doch. Absolut, Andreas, du gibst dein Bestes, wie gesagt, jetzt ziehe ich nochmal ganz stark meinen Hut und du hast auch hier die Gilde der kurzfristigen Händler definitiv abgeholt und das ist jetzt in der Tat eine gewisse Enttäuschung, weil du richtig auch interpretiert hast, was sozusagen aus dieser Newsflow-Ecke jetzt dann reinspülte, dass man am Ende des Tages jetzt tatsächlich die Leitzinsen in 23 nicht senken wollte, aber ich muss ehrlich sagen, du, was die Notenbanken heute sagen, interessiert sie übermorgen sehr selten. Also ich würde sagen, das muss man auch immer im Kontext der Abhängigkeit der weiteren Marktgeschehnisse sehen, weil sie ja ihre Bilanzsumme eh schon aufgebläht haben, weißt du? Das stimmt, also da ist auch viel gelaufen in der letzten Woche, dieses QI, das war zum Beispiel gar nicht mehr ein Thema, aber hintenrum wurde ja die Bilanzsumme um 300 Milliarden schon ausgebreitet. Und nachdem sie zuvor 600 reduziert haben, also ich meine, die Hälfte ist ja jetzt wieder draufgebarrt und ich hatte jetzt auf Insta unlängst noch, den müsst ihr den Chart mal raussuchen, eben die Aufblähung, also das ist schon wieder auf Niveaus, wie sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten selten zu sehen waren, wie schnell die Bilanzsumme aufgepumpt wurde. Aber das siehst du, seit der Finanzmarktkrise und Corona eben, das waren so die anderen zwei Peaks, dass sie jetzt wirklich schnell intervenieren wollen. Genau. Ja, und jetzt habe ich auch noch den Dritten im Bund immer mitgebracht, im Nestec haben wir schon rumgemalt, den S&P haben wir uns angeschaut, den Dow Jones schauen wir uns jetzt gerade an, da sind wir auf dem Niveau, wo wir heute schon mal waren und es ist gar nicht so lange her, nämlich zwei Stündchen, der Tiefpunkt im Dow Jones und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Einfalltor zu den Tiefs vom gestrigen Tag und da hatte ich ja gemeint, da ist auch noch ein kleines Gap übrig geblieben. Also das sind die Tiefs vom gestrigen Tag, die wir erreicht haben, das wäre jetzt charttechnisch das nächste Ziel, dass wir da runterlaufen und wenn die nicht halten, dann wird das Gap geschlossen und dann ist wirklich eine komplette Ernüchterung und das mag ich halt, dass der Markt auf der Oberseite quasi antäuscht, ja, also hier oben erst mal zeigt, was er machen könnte, um dann in die andere Richtung zu laufen. Das ist auch genau das, was die Mata-Jungs immer zeigen, nämlich, dass hier der Markt erst mal in Richtung Liquidität läuft und Liquidität aufsaugen muss. Also es macht überhaupt keinen Sinn irgendwie short zu gehen, so kurz vor der Fettsitzung oder halt in den ersten zwei, drei Kerzen. Der Markt muss erst mal in der Richtung geprügelt werden, um Material aufzunehmen, ja, also die großen Institutionellen, die gehen ja auch nicht mit drei CFDs oder zwei Futures frühstücken, die können auch nicht auf einen Knopf drücken wie wir und rein und raus gehen, sondern die müssen tatsächlich bedacht vorgehen und das Ganze auch über mehrere Orderstufen in den Markt reindrücken, genauso wie raus gehen. Ja, und das ist unser enormer Vorteil. Wir können an solchen Marken, wenn zum Beispiel jetzt hier das Vortagestief hält, ja, können wir sagen, klack, raus, Gewinne mitnehmen, wenn du hier oben short gegangen bist oder wenn du long bist und es fällt hier drunter, du spekulierst darauf, dass das hält und es geht 20 Punkte drunter, kannst du sofort mit einem Klick raus aus dem Markt, das würde ich übrigens auch empfehlen, weil dann sind wir in diesem Gap-Bereich drin und haben sicherlich noch einen kleinen weiteren Abschwung vor uns. Also ich schalte mal wieder rüber auf den S&P, was der virtuelle Trade macht und muss mich nochmal entschuldigen, ich bin wirklich der Letzte, der sich vor einem Live-Trading drückt. Im Gegenteil, ich bin heiß auf Live-Trading, zeige ich auch jeden Tag und bereue es zutiefst, wenn es halt nicht funktioniert, warum auch immer. Ich hatte heute schon mal einen Aussetzer beim Remote Station, also da hat nichts mit Meta-Trader oder Shave-D oder Stereo-Trader zu tun, ist wirklich die Remote Station, die dann irgendwie wegen Rahmenproblemen, keine Ahnung, ist auch egal. Also hier der virtuelle Einstieg vorhin, ich habe es live gesagt, die Stopp-Nachversetzung und hier unten der Teilverkauf und der Teilverkauf, da würde ich dann mit der restlichen Position dann den Stopp jetzt hier hinsetzen, also vor die große Kerze und dann kann man im Grunde genommen darauf spekulieren, dass diese kleine Bewegung, die wir in der aktuellen Kerze sehen, dass das nur ein Pullback ist, also wenn ich hier auch noch mal ein bisschen mehr reinmalen darf, das erste Tief und das Tief, was wir jetzt hier sehen beziehungsweise die Gegenbewegung der aktuellen Kerze, dass das nur ein Pullback ist und dass die nächste Bewegung dann den Markt noch eine Ecke tiefer führt. Das ist das typische Marktverhalten, runter, noch mal zurück an so eine Barriere, um da noch mal Schwung aufzunehmen und tiefer zu tendieren. Ich sehe kaum eine Gegenbewegung und das heißt, dieser Stopp hier, blau symbolisiert, der ist hier genau richtig, denn wenn es nach oben drückt, ja, dann würde ich wieder rausgehen. Ja, dann kann es so ähnlich wie, wie erklär ich es denn dem Chris, dass der Chris das auch gleich aufnimmt. Ja, wie ein Hosenträger, Chris. Soll das heißen? Das kann ich dir bei so einem gut vorstellen. Ja, den lässt du so schnippen und kraulst dir noch mal kurz die Brust mit den paar Härchen drauf, die du mittlerweile schon hast. Du bist ja auch schon 39 und dann lässt der andere den Hosenträger zurückschnippen und erst mal schmerzverzerrtes Gesicht bei dir, aber irgendwann denkst du dir, oh, das ist ja eigentlich ganz geil. Nein, das ist ein anderes Thema. Autsch, aber wir sind zum Glück schon nach 20 Uhr. Ich sehe auch gerade, lieber Alex, der Bernd ist tatsächlich ein absoluter Bierfreund. Also das ist jetzt nicht irgendwie anrückig gemeint, wenn wir Bernd huldigen, weil für ihn ist das schon Tradition und er steht dazu. Das ist auch für ihn Medizin, so wie die alten Mönche dieses gebraut und gewürdigt haben, so tut das im Prinzip der Bernd. Also nicht falsch verstehen, das ist alles auf der richtigen Ebene. Apropos Mönch, der alte Mönch hat das Gap im Blick, jetzt ist es durchgehämmert worden, das Vortag ist tief im Dow Jones und jetzt schalte ich mal um hier. Das kann man nämlich auch sehr, sehr schön machen auf die Kursen, nicht von JFD, die ich sonst laufen habe wegen Endloskontrakt, sondern auf Neise, New York Stock Exchange. Und das ist das Schöne, das Zeitverzögert. Guck mal, da steht es noch hier oben, aber das habe ich jetzt nicht eingeführt, weil ich das so schön finde, mit dem Zeitverzögert, sondern weil ich mir das Gap anschauen möchte. Da hast du dann immer 14 Minuten Zeit oder 15 Minuten. Ich zeichne das viel größer. Das ist nämlich das Gap Close. Und in diese Gap Area sind wir jetzt mit der Unterschreitung des gestlichen Tiefs eingezogen. Und klar, wenn du irgendwie zeitversetzt handeln willst, ist das natürlich der richtige Chart, den du jetzt nimmst mit dem Wissen, Spaß beiseite. Machen wir ja nicht. Wir sind ja hier realtime angekoppelt und schauen mal, wo der Markt jetzt ist. Ich will mal ganz kurz bespannen, dass der Euro sich relativ robust hält im Vergleich zu den Indizes, die das jetzt doch mit der Nicht-Leitzins-Erhöhung, also wirklich wie eine bittere Pille schlucken, will ich fast sagen. Das nehmen sich schon übel auf. Also das muss ich sagen, das überrascht mich dann doch schon ganz schön, dass das jetzt so in den schiefen Hals kommt. Auch der Goldpreis weiter stabil. Also der Dollar wird abgestraft, aber die Indizes gehen jetzt hier auch richtig in die Knie. Das ist spannend zu sehen, dass dieser Korrelationseffekt sich auch hier löst. Ja, das stimmt. Das ist auf alle Fälle spannend und spannend ist dann auch, wo es halt hinlaufen kann. Also beim Dow, den wir jetzt gerade haben, bis zum Gap-Close auf der Unterseite wäre auf alle Fälle das technische Ziel. Heißt nicht, dass das jetzt direkt in den nächsten 10 Minuten kommen muss. Also auch da gilt, dass man hier, jetzt will ich wieder das Malinstrument nehmen. Ich hoffe, der tut nicht hier mehr alles kaputt machen. Es kann natürlich hier jederzeit zu einem Rücklauf kommen, aber der darf dann für das Short-Setup nicht höher als hier sein und dann muss er wirklich wieder runterdrehen und nach unten durchlaufen. Also das wäre der idealtypische Verlauf und vielleicht kommt die Kerze gar nicht hoch. Vielleicht ist so viel Druck im Markt, dass er direkt hier runterkommt. Das ist dann quasi der panikartige Verlauf und dann ist nach dem Gap-Close auch noch mehr drin. Also dann kann man wieder mit einer Teilposition, mit einem Teilpositionsverkauf arbeiten und der Verlauf, den natürlich niemand haben will, ist hier irgendwie so hin und her. Hoffen wir mal nicht, dass sowas kommt, aber auch das gibt es natürlich immer. Wir schalten mal rüber auf den Virtual Trade im S&P, den wir uns hier einskizziert haben und schauen mal, wie das weitergeht. Also der Teilverkauf ist erfolgt und ich würde jetzt den Stopp hier auch nachziehen, genau an diese Range-Kante, dass wir sagen, okay, soweit würde ich es noch lassen und habe jetzt die dritte Stopp-Versetzung und ein Teilverkauf schon getätigt und da kann es durchaus auch hier im Chart weitere Tiefs geben, aber das Risiko ist natürlich höher zu gewichten als immer die Chance. Wir sprechen ja immer von Chance-Risiko-Verhältnis. Am Ende ist das Risiko vor Chance zu sehen. Eigentlich müsste es ja Risiko-Chance-Verhältnis heißen, aber alle wollen immer nur die Chancen sehen und Geld verdienen. Aber Geld verdienst ja nur, wenn du das Risiko auch im Griff hast. Genau. Jetzt lass uns mal nochmal zurückkommen zum DAX. Da hatte ich ja reingezeichnet, dass wir bei der 150 das Ziel haben, also 15.150, die Hochs vom Freitagmorgen. Und da habe ich ganz geistesgegenwärtig ja vorhin noch diese Order gehabt. Jetzt ist es nicht so, dass ich die vergessen habe, die Worte ausgeführt und ich habe aber vergessen, hier unten den Take-Profit genau dahin zu setzen. Würde ich jetzt nachholen? Also ich gehe jetzt an den 50er-Bereich hier ran, nehmen wir mal die 48 und dann haben wir nämlich auch einen Live-Trade, warum der auch immer funktioniert hat, ich weiß es nicht. Bei dem S&P hat es nicht funktioniert und ich zoome das mal auf, also eingestoppt hier unten am Tagestief und den Stopp würde ich auch hier nachziehen und da der DAX natürlich volatiler ist, würde ich den sogar schon in den Plus reinsetzen, im Plus-Bereich, also plus einen Punkt, da man beim DAX über den höheren Spread im Future-Markt und da es nicht der originäre Markt ist und auch, weil ich es hier verpennt habe, einfach rauszugehen, wenn ich einmal am Redeschmall bin, dann ist es manchmal so. Aber vielleicht gibt es noch die zweite Chance, das ist immer 54, 55 liegen also 15 Pünktchen vorne und haben ja jetzt keine Gefahr mehr, also wenn es wieder nach oben laufen sollte, bin ich dann eben mit einem Punkt raus und dann haben wir zumindest, ja, bin ich raus mit einem Punkt, 42 Euro, immerhin, also immerhin Live-Trade, einen hat es gegeben und der ist in der theoretischen Natur, aber der läuft noch, der läuft noch. Der läuft noch und du hast wie gesagt dein Wort gehalten und bist sozusagen hier nochmal in die Bresche gesprungen, wie gesagt, muss ich ganz groß anrechnen, weil ich habe jetzt dann spontan vorhin meinen Meta-Trader starten müssen, er hatte jetzt aber nicht die Ambition, im wüstigen Staub der Märkte da umeinander zu handeln, aber schlussendlich, wie du sagst, den Döner hast du dir ja schon mal verdient, also ja schon mal das A und O. Ja, den hätte ich mal lieber in Berlin irgendwo noch geholt, den Döner, ja, habe ich nicht mal Zeit gehabt, mir einen Döner zu holen, aber naja, so ist es halt manchmal. Ich sehe leider den Chat nicht, ob es da noch Feedback gab, Nachfragen, wer Wunsch merkt, ansonsten würde ich nochmal, ich weiß, dass immer abends auch viel über DAX diskutiert wird, deswegen habe ich den mit reingenommen, den nehmen oder sag mir, was im Chat steht, ich sehe es wie gesagt nicht. Ich warte, ich schiebe dir den Chat kurz rüber, der ist heute wieder, ich sage mal, sehr groß, weil auch gut besucht, das Webinar indert hat, obwohl Marder ja heute ein Konkurrenz-Event in Anführungszeichen hat. Wie gesagt, wer war Marder? Pass auf, ich gebe dir die Org-Rechte, dann kannst du mal reinschauen, gibt noch kein Signal zum Kauf, wird gerade gereden, also du bist ja schon wieder wild im Einstieg, hab S&P super erwischt, short 4020, schreibt der andere. Warten wir mal ab. So, jetzt müsste der Chat eigentlich ganz klar da sein. Ja, wenn es runter geht, ja, also es geht runter, runter, runter und dann etabliert sich ein Trend, dann dauert es auch mal zehn Kerzen oder eine halbe Stunde und dann hat sich ein Trend etabliert. Und da sind viele, viele Trader, leider muss ich sagen, nicht auf der Suche nach, wie komme ich in diesen intakten Trend rein, sondern eher auf der Suche nach, wann ist denn der endlich wieder zu Ende? So, dann hat man schon mal einen gefunden und dann sucht man danach, wann ist er denn schon wieder zu Ende? Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, wenn die Schwiegermutter ein Lied singt, ja, da denke ich mir auch irgendwie wochenlang vorher, oh, bald ist Weihnachten, schöne Stimmung, sobald die anfangen zu singen, denke ich mir, wann ist es schon wieder zu Ende? Aber beim Trading muss man doch tatsächlich doch abfeiern, wenn es dazu kommt, dass man einen Trend sieht und dann mitlaufen lassen kann und sich dann darauf fokussieren, den zu managen, finde ich. Weil das Management von einem Trade ist viel, viel wichtiger als immer die Suche nach dem optimalen Einstieg. Den findest du sowieso nicht. Du hast es an mir erlebt. Also ich war nicht da, als die Übertreibung auf der Oberseite war. Ich kam dazu, habe kurz analysiert, habe eine Marke definiert, bin in den Markt, also hier virtuell reingesprungen, habe meinen Stopp gesetzt, habe nachgezogen und hier wäre ich jetzt komplett raus. Also das ist jetzt für mich das Ausstiegssignal, dass ich sage, der Trend ist gebrochen. Der ist einerseits gebrochen im Sinne der Markttechnik. Also hier kannst du jetzt keinen Abwärtstrend mehr konstruieren, der irgendwie Bestand hat. Selbst wenn du jetzt die Hochkerze nimmst, der ist einfach durch. Mit der aktuellen Kerze baut man keine Trendlinie. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also den kann ich rauslöschen. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben dynamisch ab einem Tiefpunkt, also das ist hier, wenn ich auch nochmal das optisch anlegen darf, das ist der Tiefpunkt gewesen im Markt hier unten. Und die Kerzen danach, die haben diesen Tiefpunkt nicht mehr unterschritten. Also wir haben ein höheres Tief. Und da kannst du auf eine zumindest stärkere Gegenbewegung erstmal spekulieren und dir danach die Frage stellen, wenn du ausgestiegen bist, ob es eine Trendumkehr gibt. Im Moment ist es jetzt nicht so, dass es ein dickes Longsignal ist. Ein leichtes Longsignal würde ich vielleicht, weil wir wieder diese Range eingedrungen sind, wahrnehmen. Aber das mache ich immer abhängig von den Kerzen und logischerweise auch von der Uhrzeit. Denn jetzt haben wir 20.16 Uhr und da kommt nicht etwa Tagesschau vorbei und jetzt fängt Florian Silbereisen an, irgendwas zu trellern. Nee, jetzt geht es darum, die letzte Dreiviertelstunde im US-Markt zu verstehen und zu würdigen. Und da muss man wissen, dass natürlich je länger die Zeit nach hinten läuft, desto mehr kommen. Gerade diese Intraday-Trader, also die typischen Day-Trader in die Bredouille. Und da versuche ich mich sehr, sehr oft in die Reihen zu versetzen. Wie ticken die? Wie können die positioniert sein? Und wie kriegen die quasi mit dem geringsten Schmerz ihre Position noch vom Tisch? Weil ja irgendwann der Overnight oder die Overnight-Margin zuschlägt. Und die Overnight-Margin bedeutet ja, dass die Finanzierungskosten exorbitant nach oben gehen. Und viele Trader, ich weiß es auch aus dem Umfeld, wenn ich in Communities mitlese, die sind halt hochgehebelt unterwegs und können sich das a. nicht leisten, über Nacht die Zinsen zu bezahlen und b. reizen sie auch die Margin oft aus. Also soll heißen, dass sie, wenn sie die Overnight-Margin für alle Kontrakte, die sie haben, zum Beispiel im Future-Markt berappen müssten, das Kapital gar nicht ausreicht. Und dann macht der Broker Folgendes zum Schutz desjenigen, der die Position hält. Er kickt die Position, das ist ja der sogenannte Margin Call. Man findet ja statt bei den meisten Brokern, bei den meisten Future-Brokern kurz vor Handelsschluss und zwar eine Viertelstunde davor, also nicht in der letzten Minute, das würde zu viel Volatilität verursachen am Markt, sondern am US-Markt eine Viertelstunde vor Closing und das ist dann eben 20.45 Uhr. Und die haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, um sich a. die Fingernägel wund zu kauen, b. vielleicht noch Schnaps einzugießen und c. dann zu überlegen, was machen wir denn mit unserer Position? Und da versuche ich mich immer ein bisschen reinzudenken, was könnte denn so ein Trader gemacht haben? Punkt 1 ist, es gibt den Bezug, der hergestellt wird zum Event selbst und das Event selbst, das hat ja hier stattgefunden, also quasi, hier kam die Meldung von Jerome Powell, also die Zinssatzentscheidung, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, ja, also diese Ausgangspunkte, diese Events, das ist genauso bei Arbeitsmarktdaten, bei BIP-Daten, also bei den großen Wirtschaftsdaten in den USA zu diesem Ursprung, man sagt auch oft, das Mörder-Setup, nicht weil es ein Mörder-gutes Setup ist, sondern weil der Mörder ganz oft zum Tatort zurückkehrt. Und so ist es auch im Trading, der wird oftmals nochmal als Ankerpunkt angelaufen. Und ich schwöre, Markus ist mein Zeuge heute Morgen und noch ungefähr 100 andere, die im Live-Trading-Roman, das hatte ich als letzte Idee zum FED-Event gesagt, wenn es einen starken Ausbruch direkt um 19 Uhr gibt, in eine Richtung hoch oder runter, ich spekuliere drauf, dass es nochmal zu diesem Punkt zurückkommt, sobald sich die Emotionen beruhigt haben. Und das wäre dann der Fall gewesen, wenn ich da gewissen wäre, dass ihr irgendwo hier oben eine Short-Position oder eben, wenn man das jetzt auf die jetzige Handelsphase dann anwendet, irgendwo, wenn es eine Übertreibung auf der Unterseite gibt, die ist abgebaut, auch nochmal die Spekulation zur Gegenseite bis zu diesem Punkt. Und da waren wir ja jetzt. Also das wäre für mich jetzt kein Einstieg mehr inmitten dieser grünen Range oder im Umfeld dieser Punkte, wo 19 Uhr die Entscheidung verkündet wurde, nochmal long zu gehen, sondern eher nochmal short zu gehen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass der größte Schmerz wohl auf der Unterseite liegen dürfte. Also was haben denn die meisten getan direkt zur Veröffentlichung? Sie sind long gegangen, ob sie direkt in der ersten Kerze long gegangen sind, also in der hier oder in der nächsten oder haben erst mal zehn Minuten abgewartet, dann in der dritten, vierten, weil sie dachten, oh, das ist doch alles positiv, da war es im Plus, ich gehe long, 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 long. Die sind doch erst hier unten, in dieser schwarzen Kerze, ich nehme mal den Pfeil hier mit rein, sind sie doch erst in die Brindulie geraten, dass sie im Minus sind. Und dieses Minus hinzudem ist natürlich enorm schwärzhaft und da versuchen einige dann zu sagen, okay, wenn ich hier irgendwo in dieser Kerze jetzt gefangen bin und bin im Minus, wir nehmen mal diese blaue horizontale Zone hier als Ankerpunkt, dann kaufen sie vielleicht nochmal nach und sagen, okay, ich will meine Position pushen, vielleicht komme ich mit einem Mischkurs ganz groß raus und habe wenig Verluste, aber je näher wir von der Zeitebene Richtung die letzte Viertelstunde des Handels und da sind jetzt eben noch 25 Minuten kommen, desto schwieriger wird es, den Markt hier hochzuziehen und wenn dann eine Ernüchterung reinkommt, dann klappern hier die Stops durch und dann sind wir auch ganz, ganz schnell wieder am Tagestief. Genauso gilt, wenn wir jetzt über diese Linie drüber kommen sollten und die haben den Mischkurs, sind irgendwo hier oben long gegangen, haben hier unten nochmal zugekauft, dann kommen sie ja jetzt in Richtung Plus, Minus, Null und das ist genau auch diese Denkweise mit dem Gap, die da verbunden ist, wenn das Gap angeknabbert wird, dann ist es oftmals wahrscheinlich, dass das Gap auch geschlossen wird, weil nämlich dann diejenigen, die im Gewinn sind, in Richtung Gap Close spekuliert haben, nach und nach ihre Gewinne mitnehmen und diejenigen, die im Verlust sind, nach und nach rausgehen und dann irgendwann komplett aufgeben. Also ich glaube, dass jetzt hier die, die im Gewinn sind, auch ihre Gewinne irgendwo hier realisieren und dass wir deswegen nicht zum Tageswochen nochmal hinlaufen in der letzten Dreiviertelstunde, sondern eher ab hier abgeben. Das heißt, wenn du mich fragst, wie ich jetzt nochmal handeln würde in der letzten halben Stunde, ich würde diesen Rücklauf innerhalb der Range am oberen Range-Bereich zum Short-Einstieg nochmal nutzen und darauf spekulieren, dass der Markt nochmal ein Stück nachgibt, mindestens bis zu diesen Median, den nächsten Mal innerhalb dieser Handelsrange. Absolut schön dargestellt. Jetzt sehe ich gerade meinen liebster Neffe ist im Chat. Du glaubst es gar nicht, Andreas. Der Tom sei gegrüßt hier durch den ETA an der Stelle. Tatsächlich hat er sich heute mal eingelinkt oder vielmehr eingeklinkt bei einem Live-Event. Er hat auch damals, damals, so sage ich vorhin schon in meiner Rundumfrage, da fragte ich nämlich, wie viele erlauchte Teilnehmer sind denn eigentlich aus dem und dem Bundesland, aus der und der Stadt? Und da hat er direkt schon am Anfang laut gegeben, aber das knallte halt so durch, dass ich jetzt erst bei der nächsten Frage gesehen habe, mit welchem Hebel wird denn gehandelt? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber lieber Tom, da werde ich gleich mal die Frage aufnehmen. Ich weiß nicht, ob der Andreas mit einem Pro-Account unterwegs ist auf unserem JFT Live-Account. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Tatsache ist, klassischerweise durch die Hebelrestriktionen in Europa bist du hier am Indexmarkt mit einem Hebel von 1 zu 30 unterwegs oder 1 zu 20 sogar. Wenn du diesen Retail-Status, also ich sage mal diesen Einsteiger- Kleintrader-Status genießt, da hast du auch in dem Sinne keine Nachschusspflicht, falls das Konto mal in den Minus laufen sollte. Das ist sozusagen auch ein Schutz für die, sage ich mal, Trader mit den, sage ich mal jetzt nicht Riesen-Accounts. Wenn du dann aber eben einen Account hast, der sich auf dem Pro-Level befindet, wo es so gewisse Kriterien zu erfüllen gilt, da hast du teilweise den Indexhandel mit einem Hebel von 1 zu 100 und im Devisen-Bereich auch bis zu 1 zu 400. Aber der Hebel ist nur eine Seite der Münze, wie auch Andreas vorhin schon sagte, Risiko im Griff halten, Chance, Risiko, eigentlich muss das Risiko Chance heißen, denn je höher der Hebel, klarerweise auch je höher die potenzielle Chance, aber das Risiko darf man nie auslassen. Und ganzes kleine Anekdote, als die Broker sich mit ihren höheren Hebeln nur so überschlugen in früheren Jahren, da gab es ja Hebel 1 zu 1.000, 1 zu 1.111, das war auch so ein Schnapshalding, da bin ich ja fast vom Stuhl geflogen. Der Witz an dieser Stelle ist, die Konten sind schneller platt und entkapitalisiert durch eben falsche Trades im Rahmen der Überhebelung, als man schauen kann. Ein hoher Hebel ist ganz klar sehr fragwürdig. Je professioneller der Handel wird, desto weniger hoch muss der Hebel sein. Also das mal als kleiner Rahmen. Du kannst einfach ein Zahlenspiel mal untermauern, wenn du zum Beispiel den DAX nimmst, ich nehme jetzt mal den DAX, weil ich den in jüngster Erinnerung einfach auch, da kannst du mich nachts wecken, da sage ich dir einen Schlusskurs vom Vortag habe. So lieben wir uns und Andreas. Entschuldigung, das ist ja gut. So lieben wir uns. Sehr gut. Wenn du den Hebel 1 zu 100 anwendest, im DAX heißt das ja, der bewegt sich 1% und du hast 100% entweder dein Konto verdoppelt, super, Chapeau, oder eben dein Konto komplett genullt. Und wie hoch ist die Volatilität gewesen? Wenn wir letzte Woche mal nehmen, am Montag ging es 3,2% nach unten, am Dienstag ging es 2,5% nach oben, am Mittwoch ging es wieder über 3% nach unten und am Donnerstag ging es dann 1,7% nach oben, am Freitag dann wieder 2,5% nach unten. Also du hast mindestens 2 bis 3 oder sogar noch mehr als 3% Tagesbewegung gehabt und wenn du da an der falschen Stelle, falschen Anführungsstriche eingestiegen bist und der Markt läuft dann eben die 2 oder 3% gegen dich, dann braucht es nicht mal einen Hebel 1 zu 100, um dein Konto zu zerstören, sondern da reicht schon Hebel von 1 zu 40. Und deswegen hat man bei einer Normalverteilung, nimm mal wegen Münzwurf, hast du immer Trades dabei, wo du schief liegst und die Spanne, wo du das korrigieren kannst, die wird ja immer geringer. Also wenn du einen Hebel 1 zu 40 hast und nichts falsch und realisierst das nach 30 Punkten, dann wieder das Konto nach oben auf den Ausgangspunkt zu bringen, das braucht ja prozentual natürlich viel, viel mehr Drive, als du im Minus verloren hast. Wenn du das Konto halbiert hast, minus 50% brauchst du ja plus 100, um wieder auf den Ursprungsplateau anzukommen. Also das sind einfach mathematische Sachen, die man sich für sich mal durchrechnen kann. Ich habe letztes Jahr ja beim Thema Traden mit kleinem Konto habe ich das Konto mal ausgewertet, ein kleineres Konto, wo ich tatsächlich auch eine Verlustserie hatte von 26 Trades in Folge. Und trotzdem hat das Konto nach drei Monaten dann neue Allzeithochs geschrieben. Also ich habe mich von dieser Drawdown-Phase erholt, es hat seine Zeit gebraucht, aber du musst einkalkulieren, 26 Trades im Minus, mit welchem Hebel kannst du das fahren. Das kannst du dir in Excel zusammenbauen. Selbst bei 1% Minus pro Trade, was du riskierst, ist das schon eine ganze Menge Holz, die du hinten liegst und die du erst mal wieder aufholen musst. Und deswegen denk bitte nicht über Hebel nach, sondern denk lieber über Risikomanagement im Trade nach und rechne dir lieber die Punkte zusammen, die du aus dem Markt rausholst, weil das kannst du hochskalieren. Den Hebel hoch oder runter skalieren, das ist eigentlich nur eine Frage von Kapital. Also es ist eigentlich Nonsens. Kapital ist unendlich da letzten Endes, wenn du es willst. Zur Not pumpst du deine Familie, Nachbarn an, wenn du so ein Kreditaufwände von deiner Strategie überzeugt bist. Daran wird es nicht scheitern am Kapital, aber es scheitert an der Strategie und an Risikomanagement bei den meisten. Deswegen ist das der Ansatzpunkt, um genauer sich vorzubereiten und um auf Dauer auch erfolgreich zu sein. Ich will noch was nicht nur als Oberlehrer hier von mir geben, sondern zu dem aktuellen Trade dokumentieren. Also er ist nicht aus dieser Zone oben rausgekommen. Genau das, was ich auch ja sagte vor zehn Minuten, dass ich da eher nochmal einen Short Trade sehe und das auch handeln würde, wenn denn hier alles funktionieren würde. Und jetzt nähern wir uns der letzten Viertelstunde, bevor quasi die Margin Calls fliegen und der letzten halben Handelsstunde. Und da gibt es ein geflügeltes Wort an der Wall Street, dass man in der letzten halben Handelsstunde nicht gegen einen Trend, wenn er sich etabliert hat, handeln soll, weil der dann auch durchgezogen wird bis ins Closing rein. Nun sehe ich hier aber keinen Trend. Also diese Weisheit kann man heute zumindest mal weglassen. Wenn wir die ganze Zeit nur nach unten gelaufen wären, wäre ich auch nicht in der letzten halben Handelsstunde dann long gegangen, um zu sagen, da kommt eine Gegenbewegung. Nee, die muss dann nicht kommen, sondern da geht eben der Weg des größten Schmerzes einher. Und da wir aber eher seitwärts pendeln und jetzt genau auf dem Level sind, wo wir auch 19 Uhr standen und auch knapp über der 4.000 und auch plus minus 0, wenn ich mir den S&P mal anschaue im Vergleich zu gestern, müsste er jetzt plus minus 0 stehen, ist es im Grunde genommen doch ein schöner Tagesabschluss und auch ein schöner Abschluss für das Webinar, oder? Absolut, absolut. Also es ist eh die Kunst sozusagen, die einzelnen Sessions zu handeln. Ich hatte auf der Investor auch einen Kandidaten getroffen, der jeden Abend, das macht übrigens André Titti auch in der Regel, die letzten zwei Handelsstunden sozusagen sich vornimmt. Man muss eben da auch seinen Abschluss finden und auch natürlich ganz wichtig, da sind wir auch bei der Serie Traden mit kleinem Konto, gilt aber auch für große klarerweise, weil, wie es so schön heißt, plane deinen Trade, trade deinen Plan. Du hast deine Ideen, du hast deine Level, du hast die Trigger, du setzt das Risiko, sagen wir mal, so im Verhältnis des Gewinns ein und das macht auch Sinn. Das heißt, Leute, trainiert euch und traden und handeln ist eben auch eine Disziplin, mit der man sich auseinandersetzen muss. Jetzt schreibt der Peter gerade auch im Chat, auch Profis handeln mit 1 zu 15. Absolut, Peter, aber ich sprach von dem Hebel 1 zu 30 für Retail Schrägstrich 1 zu 100, 1 zu 400. Das sind Hebel, die es nun wirklich nicht braucht und klar, Profis können auch mit dem Hebel von 1 zu 100 handeln. Ich meine, Andreas ist mit so einem Hebel auch unterwegs, gar keine Frage. Ja, ja, aber da gibt es immer diese Sternchen und Randnotiz, Profis handeln mit Hebel 1 zu 15. Sternchen, aber nur einen kleinen Teil ihres Kontos. Richtig. Erstmal das auch wieder in der Relation der Kontogröße zu sehen oder auch, lass es denn gerne auch mal verschiedene Konten sein. Diversifikation ist ja auch Trumpf. Der eine oder andere hat von euch sicherlich ein Aktienportfolio, vielleicht auch Kryptos oder wie der Kämmerer das Edelmetall an der Wand hängen. Man hat ja irgendwo seine gewissen, sage ich mal, Finessen und diversifiziert klarerweise auch, aber der klassische Einsteiger im Traderhandel, der will halt schnell aus 500 Euro mit kleinen Summen 500.000 machen und das ist natürlich ein teilweise irreales Ding, wenngleich man diese Hebelproportionen nimmt, dass man das immer sich sehr schön rechnen kann. Nur der Hebel geht und das kann ich aus Broker-Erfahrung sagen und auch, lieber Andreas, seit über 20 Jahren da am Markt aktiv, was man da sozusagen miterlebt, ist einfach eine ganz, ganz dicke Geschichte, weil natürlich die Masse der Marktheilnehmer zum Beispiel mal gar keinen Stopp setzt, also sich über das Risiko als solches mal schon gar nicht im Klaren ist und das per se natürlich eigentlich fast schon nur in einem Desaster enden kann. Aber zurück zum Markt, wir hatten ja die Zinstematik an der Stelle, bist du überrascht eigentlich jetzt von diesem 0,25 oder im Prinzip das, was sozusagen der Tenor auch deiner Erwartungen herauskommt, war? Ich bin nicht überrascht, sondern ich glaube, das ist die genau richtige Kenngröße gewesen, nicht, weil es irgendwie in den Vorabschätzungen im FED-Watch-Tool stand und ich das nachblabber, nein, das habe ich mit dem Markus heute auch ausführlich diskutiert. Ich kann es nochmal auf Punkt bringen, was wäre denn für ein Signal von der FED ausgegangen, wenn wir gar keine Zinsanhebung gesehen hätten? Dann wäre doch von der FED-Seite ein Eingeständnis mit einhergegangen, ja, vor ein, zwei Wochen hat man noch, oder vor zwei Wochen hat man noch über 0,5 geredet und auf einmal 0, heißt doch, oh, der Markt braucht Liquidität, oh, diese Krise um Credit Suisse und die ganze Regionalbank für's Republic, wie sie alle heißen, ist doch viel größer, als das vielleicht jetzt aktuell offenbart wurde, ja, also das wäre quasi ein Paniksignal an den Markt gewesen. 0,5 wäre vielleicht ebenso ein Paniksignal gewesen in Richtung, wir bremsen die Wirtschaft mal richtig krass ab, wir haben ja einige Unternehmen schon gehört, die wir in Quartalszahlen mit durchklingen lassen haben, oh, der Ausblick ist vage, aktuellstes Beispiel, Nike kam gestern nachbörslich, waren erst mal drei, vier Prozent im Plus, um dann danach auch das ganze Plus wieder abzugeben, warum im Plus, der Umsatz konnte gesteigert werden, yeah, super, alles gut und warum dann ging die Aktie wieder zurück, weil eben der Gewinn zurückging, die Margen, die brechen zusammen und wenn die Margen zusammenbrechen, heißt das ja nichts anderes, als dass über die Erzeugerpreisschiene quasi die Rohstoffe teurer eingekauft werden müssen, über die Inflation dürfen die Preise für die Verbraucher gar nicht stark erhöht werden, weil sonst kauft das keiner mehr, kann sich ja keiner mehr leisten und dazwischen ist eben die Marge und die wird dann immer kleiner, heißt für die Unternehmen, die Unternehmensbewertung wird immer höher, wenn der Aktienkurs gleich stehen bleibt, bei diesen Faktoren, die vom Umfeld auf die Bilanz drücken, wird eben dann die Bewertung für die einzelne Aktie viel, viel höher und man hat dann Mühe und Not auch letzten Endes die Dividende noch aufrecht zu halten und zu zahlen und so weiter, sofort, also das merkt ein Unternehmen, was in diese Pressschraube reinkommt, aus Deutschland beispielsweise von Novia, die ist auf Mehrjahrestief, die nähert sich dem Emissionspreis, da fehlt noch 1,50 Euro, dann sind die auf dem Emissionspreis Wahnsinn, weil die eben Dividende kürzen müssen, Zinsen, höhere Zinsen zahlen müssen für das Fremdkapital und so weiter, also da kommt alles zusammen und deswegen kann so eine FED nicht sagen, wir bleiben bei unserem Stiefel 0,5, haben wir uns vor drei Wochen ausgedacht und wir ziehen das jetzt einfach durch und wollen die Inflation bekämpfen. Also ich glaube, genau in der Mitte diesen Weg zu gehen, hält für die FED den Spielraum auch zu sagen, bei der nächsten, Anfang Mai, und da hören wir uns ja auch wieder und da werde ich auch keinen Außentermin wahrnehmen an dem Tag, sondern schön still im Büro sitzen bleiben, bis eben die FED-Sitzung startet, dass das auch gewährleistet ist. Da halten Sie sich alle Türen auf, dann zu sagen, mit den Daten, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen geliefert werden, zum Thema Inflation, Arbeitsmarkt und auch aus Banken-Unternehmenssicht, wir pausieren das erstmal, wir senken vielleicht Ende des Jahres mit einem oder zwei Schritten, um die Wirtschaft anzukurbeln oder vielleicht ist auch alles wieder verplasst und man redet gar nicht mehr über die Regionalbanken und das war ein mega Einstiegszeitpunkt. Also ich finde, um das zusammenzufassen, das war genau die richtige Dosis, die der Markt hier auch gewonnen und bekommen hat. Das sieht man auch ein leichtes Minus jetzt im S&P auf Tagesicht, da ist nicht groß Schwankung gewesen. Darf ich noch was zum Thema Live-Trading sagen, wo man mich sonst findet, wenn nicht gerade hier einmal monat? Natürlich, Andreas, nur zu, nur zu. Wie gesagt, wir haben es jetzt an der Stelle teilweise echt gut herumgebracht. Ich hätte fast gar nicht gedacht, dass du noch erscheinst. Hast mir dann natürlich auch trotz der, sage ich mal, Stressart, die du sicherlich da sozusagen miterleben durftest im Rahmen der Hektik schnell an Rechner hin und her, bin ich dir dann geschuldet und deswegen lass uns ruhig da teilhaben, wo du sonst noch auf dem ETA unterwegs bist. Ja, gerne. Also ich selber bin seit zwei Jahren auf den Trichter gekommen, dass ich Live-Streaming mehrere Stunden auch mit vielen Interviewgästen, da ist auch, du warst zum Beispiel in die Wiesenradar eingeblendet, der Bernd war dabei, der Markus ist dabei, also ganz viele, die man aus der Szene kennt, Heiko Berendt ist da auch oft dabei, Dirk Hilger war dabei und, und, und. Das heißt Twitch, fit for Finanzen und jetzt bin ich gerade offline mit dem Kanal, aber man kann sich das natürlich im Nachgang sehr, sehr gut anschauen. Meine Homepage heißt fit for Finanzen und da kannst du hier live auf Twitch dich dann ab 8 Uhr immer einschalten, kannst das Ganze auch im Chat mitverfolgen, was andere Trader aus meiner Community für Ideen haben, da wird auch hier fleißig getradet, kannst du das in dem Fenster anschauen, da wird auch schon der Steak jetzt aufgelegt für die Gewinne, da wird auch nochmal auf der Schildkröte geritten, also ist durchaus auch witzig, das Ganze und wenn du Live-Trading von mir erleben möchtest, außerhalb des Live-Trading-Rooms im Börsen täglich von 10 bis 11, werde ich die nächsten zwei Tage, wie gesagt, ganz exklusiv und ausführlich erläutern, mein Trading kannst du dann auch hier auf der Homepage in Richtung Live-Trading dich mal reinklicken und da habe ich nämlich insgesamt zwei Sessions, die ich nochmal als Zoom-Webinar abhalte, einmal am Morgen DAX Live-Trading und dann zum Wall-Street-Start wird für die meisten denke ich mal dann auch das spannende Element sein, die heute hier dabei sind und dann gibt es dann den Blick aufs Konto logischerweise auch immer mit die Live-Trades und du kannst dich dann hier anmelden und hast quasi eine fast taggenaue Abregnung für einen Döner quasi am Tag bist du hier dabei und kannst mir da virtuell über die Schulter schauen. Würde ich mich freuen, wenn du das mal austestest, mal wahrnimmst, ist ja auch nur ein Angebot zur Güte und dann sind solche Trades, wie ich hier eben skizziert habe oder das werden dann solche Trades, wie ich sie hier skizziert habe, von hier oben sind wir wieder nach unten gelaufen und jetzt kommt gleich, müsste so in sieben Minuten dann auch die Margin-Call-Fraktion kommen und dann würde es mich nicht wundern, wenn es hier unten das nochmal testet oder durchhaut und das wäre natürlich der maximale Schmerz, aber die Börse ist eben auch mit Schmerzen verbunden und ich schalte nochmal auf den Dow Jones um, dass wir das hier auf der anderen Seite sehen bei Stock 3, wo der sich befindet, habe mittlerweile auch alles wieder ausradiert, was ich gemalt habe, aber suspekt bleibt es mir trotzdem, das Thema mit den Stiften und ovalen Ellipsen. Rechte geht ganz gut, der Rest nicht. Hier ist das Tagestief vom Dow, da waren wir quasi zweimal auf einer Höhe und wenn du das ein bisschen fiebriger darstellen möchtest im Ein-Minuten-Chart, nähern wir uns dem. Bisher hat es gehalten, auch da kannst du sagen, wenn ich im Markt bin, nehme ich als Orientierung, eine Trendlinie zu, im Ein-Minuten-Chart, man mag es kaum für möglich halten, aber gibt es ganz oft, weil eben viele Handelssysteme da auch drauf anspringen, die Algos, sehr schöne Trendlinien, Ausgangspunkt hier, das Tageshoch, dann die Gegenbewegung, die wir eben gesehen haben und die zweite Gegenbewegung und damit haben wir schon einen Abwärtstrend und eine Dreiecksformation, heißt unten Ausbruch, ist quasi nochmal richtungsweisend für die letzten 20 Minuten im Handel und danach riecht es jetzt aktuell, als dass wir unten auf alle Fälle nochmal vielleicht testen, ob es Stops gibt und wenn die ausgeführt werden, auch das Gap dann doch nochmal zum Montag schließen. Das wäre ja mein Favorit. Wahnsinnig schön. Also da haben wir doch zum Ende hin nochmal eine richtig schöne, sage ich mal, Session und auch Ableitung auf den, sage ich mal, bevorstehenden Wochen Abschluss bekommen. Wir haben ja jetzt noch zwei Tage, aber das sind natürlich schon mal Tendenzen, wo man sich auch positionieren kann. Und insofern, das Danke geht hier schon durch den ETA, auf jeden Fall schön durchgezogen. Wie gesagt, ich ziehe nochmal den Hut an den Rest, dass du dich doch noch an den Rechner bewegt hast. Sonst hätte ich in Anführungszeichen nochmal die Währungstrommel aufrufen müssen, wobei Euro-Dollar auch relativ unspektakulär, kommt jetzt auch leicht von den Hochs zurück, in der Spitze 121 Pips gelaufen. Man will sich da nicht beschweren. Ich will nur hoffen, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Auch von dem großen Blick, den wir hin und wieder eben neben dem Live-Handel oder auch der Schadbeschau einstreuen in Sachen der Erkenntnisse, die wir dann doch schon über die vielen Jahre gesammelt haben und auch die Möglichkeiten, die sich natürlich an den Märkten ergeben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst immer wieder euer Risiko im Griff halten. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, ich will sagen, auf bald Links, Webinar-Serien, Event-Kalender, die Infos vom lieben Andreas. Link ist auch gerade reingeschert worden. Am Ende des Tages genau das, was man auch braucht, um sich dann ein Stück weit zu setzeln. Wichtig ist, seinen Weg zu finden. Der eine oder andere, wie gesagt, mag sozusagen die schlanken Schads vom lieben Andreas. Der andere mag vielleicht auch noch ein Stück weit den runden oder abgerundeten und bunten Rainbow vom Chris. Da geht es morgen, wie gesagt, beim Rainbow-Trading zur Sache, beim Traden mit kleinem Konto. Schaut es euch an, sucht euer Setup. Es muss zu eurer Persönlichkeit passen und auch das Zeitfenster. Wenn ihr nicht genug Zeit habt für das Intraday-Trading, hey, dann geht es auf den Tagesschad, geht auf den Wochenchad. Aber versteht es ein Stück weit die Charts zu lesen. Die geben wirklich viele Informationen für mich und für Andreas sicherlich auch das Medium der Massenpsychologie und eben hier immer wieder auch dem Ganzen ein Stück weit voraus. Und am Ende, wenn man das mit einem richtigen Risiko managt, ja, dann kann man auch seinen Benefit rausziehen. Und wollen doch mal sehen, ob der Goldpreis über 2000 aus der Woche geht. Ich bin echt gespannt. Also heute war nochmal eine Steilvorlage Euro und Gold, wie gesagt, sich sehr, sehr gut gehalten im Vergleich zu den US-Indizes. Und ja, am Ende des Tages, die Gruppe ist noch gut, auch wenn sie sich jetzt so langsam verabschieden. Jetzt wird es dann doch schon Zeit für die Nachtserie oder für das Abenddinner, whatever. Mein Dank, Andreas, an dich für die spontane, sage ich mal, die spontane Hinzuschaltung. Wie gesagt, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet aufgrund der Hektik und dergleichen. Ich kann nur Danke dafür sagen und allen Teilnehmern, die jetzt auch bis zum Schluss hier an der Stelle dabei waren. Lenka schreibt, gerade nicht dabei sein, Du, Landingpage inklusive, das habe ich vielleicht gar nicht gesagt. Auf unserem Trading mit kleinem Konto gibt es die Landingpage mit allen Aufzeichnungen, auch von Andreas, von Andreas seiner Session mit Indikatoren ohne und eben auch Trading Skills von der Psyche bis zu Tools und Templates. Also anmelden. Ich suche den Link raus, ich suche den Link raus. Hat sie gleich. Hat sie gleich, genau. Schicken ihn direkt nochmal zu. Es lohnt auf jeden Fall. Da gibt es sicherlich einiges zu ernten und morgen, ja, ich muss da nach Berlin fliegen, in Anführungszeichen. Andreas, wir haben da noch unser Date im Hinterkopf. Potsdam, Berlin ist ja praktisch um die Ecke. Da muss ich nur zusehen, der Flieger geht am Nachmittag recht früh, dass ich hier sozusagen den Absprung schaffe. Das wird morgen wieder ein sehr, sehr sportlicher Tag. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns alle das Feierabend hier in den Burscht. Du kannst doch deinem Piloten sagen, wann er startet und landet. Also, ist doch deine Entscheidung. Jetzt machen wir gleich mal einen auf Dirk Reuter mit der Privatchat-Geschichte an der Stelle. Sehr, sehr gut. Aber wir wollen ja nicht zu sehr einen rauskehren. Aber vielen Dank auch für euer Feedback, dass es euch gefallen hat, dass ihr uns auch trotz Marder und anderen Kanälen wie, ich meine, CMC Markets strahlt auch ein Livestream aus, dass ihr uns da die Treue gehalten habt. Und am Ende, ja, findet es auch das richtige Brokerhaus. Das ist wichtig, dass ihr euch da nicht veräppelt fühlt. Übrigens, ich habe noch nachgelesen, gerade vielleicht für den, der bis jetzt noch da ist. Mit den Zinssenkungen hattest du ja vorhin schon was gesagt. Aber was interessant ist, Yellen, also Europa, diskutiert darüber, ob das Limit für versicherte Einlagen über 250.000 Dollar angehoben werden soll. Also, hier gibt es schon wieder so ein Stück weit Seitschübe nach dem Motto, ah, ist das Geld sicher? Ist das Geld auf der Bank sicher? Puh, wir sind vor spannenden Zeiten. Ich will nicht die Finanzmarktkrise 2.0 herauf beschwören, aber es dürfte uns noch einige Zeit beschäftigen, was rund um den Zinsmarktanleihe und auch den Banken, die denn da so ein ganzes Stück weit drinstecken, noch so geschehen wird. Also, jetzt muss ich aber echt das Schlusswort finden, sonst rede ich noch drei Uhr in der Früh weiter. Andreas, hab dich wohl, liebe Teilnehmer, einen wunderschönen Abend an euch in den ETA und auf bald, will ich hoffen. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. JFT Just Fair and Direct